Edward Graham, Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes und das Totenkopf-Medallion Seine weltberühmten Abenteuer, Folge 3 Gelesen von Roland Slaby Erstes Kapitel Der Überfall in der Baker Street Übermäßig laut pflegte es in der stillen Baker Street gelegenen Wohnung Des berühmten Detektivs Sherlock Holmes ja zu keiner Zeit herzugehen Und wenn auch wirklich einmal Miss Hudson, die würdige Hausdame, die Türen etwas unsanft ins Schloss warf Weil der Meister oder seine Gehilfin Ursache zu Ärger gaben So dauerte auch dieser Lärm doch nur kurze Zeit So still wie jetzt, schon vier Tage lang, war es aber noch niemals gewesen Dr. Watson und der Chinese Wang strichen stundenlang auf den Straßen Londons herum Beide ohne Ziel und Zweck, ohne jede Aufgabe Und nur deshalb, weil sie zu Hause fürchteten, den Meister zu stören Miss Hudson war zwar zu Hause, aber auch sie ging fast unhörbar umher Sherlock Holmes selbst aber saß seit vier Tagen ununterbrochen Vom Morgen bis in die sinkende Nacht hindurch vor seinem Arbeitstisch Die Mahlzeiten mussten ihm stillschweigend in seinem Arbeitszimmer serviert werden Und die Beherrscherin der Küche wagte es nicht laut zu murren Wenn die aufgetragenen Schüsseln meist unberührt wieder zurück in ihren Bereich wanderten Es war in der vierten Nachmittagsstunde Der draussen herrschende Nebel zwang, die Lampen anzuzünden Und auf dem Schreibtisch des Meisters glühte die elektrische Birne Sherlock Holmes hatte fast mechanisch nach dem Schalter gefasst, als seine Augen, die vor ihm auf der Platte des Schreibtisches liegenden Gegenstände, nicht mehr zu erkennen vermochte Zwei sonderbare Dinge waren das Ein Medaillon, das einen plastisch hervortretenden Totenkopf zeigte und die Größe eines kleinen Taubenei hatte, war das eine Ein Stückchen Leder in der Größe einer Manneshand mit verschiedenen, zwar nur sehr primitiv, aber doch deutlich gezeichneten Figuren das zweite Gerade dies, wie auch ein schmutziger Fetzenpapier und endlich ein Streifen, wie solcher beim Telegrafieren benutzt wird, hatten bis jetzt den Meister derart beschäftigt, dass für ihn nichts weiter zu existieren schien Auf eigentümliche Weise war Sherlock Holmes in den Besitz dieser eigenartigen Sachen gelangt Den schmierigen Fetzenpapier hatte er in der schmutzigen und zerfetzten Kleidung eines Weibes entdeckt, das im Schlafsaal des Asyls der Heilsarmee ermordet aufgefunden worden war Das Totenkopfmedaillon, wie auch das Stückchen Leder mit den so geheimnisvollen Figuren, hatten in einem ledenen Brustbeutel gesteckt Diesen hatte Sherlock Holmes auf der Pestinsel einem jungen Mädchen abgenommen, das Watson und der Straßenjunge Ben verfolgte, von letzterem durch einen Steinwurf, schwer verwundet wurde und dann von den Themsepiraten nach der Insel verschleppt worden war Den kaum fingerlangen Streifen Telegrafenpapier hatte der Meister im Inneren des Totenkopfes aufgefunden Das kleine Kunstwerk schien beim ersten Anblick ein Fest des Ganzes zu sein, doch Sherlock Holmes, der gewohnt war, eine ihm interessierende Sache nicht nur flüchtig, sondern genau zu betrachten war bald überzeugt, dass der Kopf nicht massiv sein kann Nach verschiedenen vergeblichen Versuchen glückte es dem Meister, das Geheimnis zu lösen Mit der Spitze einer Nadel in die Augenhöhle tastend, kam Sherlock Holmes unversehens an eine Auslösung Die Schädeldecke sprang auf und ein Hohlraum wurde sichtbar In diesem fand der Meister den Streifen Telegrafenpapier, der nicht nur gleiche Zeichnungen wie auf dem Stückchen Leder, sondern auch Zahlen und Buchstaben aufwies Nebst einem Plan, in dessen Mitte ein winziges kleines Kreuz gemalt war Die Zeichnung richtig zu deuten, hatte sich der große Detektiv zur Aufgabe gestellt Der Umstand, dass Sherlock Holmes, der seine Geisteskräfte doch schon an manchen schweren Rätseln erprobt hatte, hier bereits vier Tage sich vergeblich abmühte, bewies die Schwierigkeit der Deutung Wegen dieses Medaillons und dieses Lederstückchens wurde nicht nur die Obdachlose im Asyl der Heilsarmee, sondern wurden beinahe 30 Cap-Man im Laufe weniger Wochen ermordet Die Mörderin war ein junges, hübsches Ding Schade nur, dass die Tierbändigerin durch den Steinwurf Benz für immer vernehmungsunfähig bleiben wird Der Junge hat so unglücklich getroffen, dass die Schädeldecke zertrümmert wurde und Splitter in die Gehirnmasse eindrangen Sherlock Holmes drehte, so vor sich hinsprechend, das Lederstückchen zwischen seinen Fingern Griff nach dem Papierstreifen und sprach dann grübelnden Tones weiter zu sich Es kann sich nicht um eine Kleinigkeit handeln, was diese so unerklärlichen Zeichen und Bilder verbergen Die so junge Mörderin muss genau gewusst haben, warum sie absolut in den Besitz dieser beiden Gegenstände kommen wollte Um Kleinigkeiten begeht man doch nicht wochenlang Tag für Tag Verbrechen Wissen möchte ich allerdings, ob die Mörderin das Geheimnis, welches in diesem Zeichen steckt, zu lösen vermocht hätte Ob sie den Schlüssel zu dieser Schrift besitzt Der Meister sprang von seinem Stuhl auf und schritt erregt im Zimmer umher Die vier Tage vergeblichen, angestrengtesten Grübelns, wie auch die Vernachlässigung seines Körpers Prägten sich deutlich genug auf seinem Gesicht aus Das war der Mann nicht, der da festen Mutes jeder Gefahr entgegenzutreten gewohnt war Sein Gang war schlaff, die Haltung gebeugt, die Zähne hielten die Unterlippe eingeklemmt Das sonst so hell und klar blickende Auge blickte matt und trüb So wie dieser hatte noch kein Misserfolg den Meister mitgenommen Was nützt jetzt alle die getane Arbeit? Was nützt die Gewissheit, dass die Ermordung der Fuhrleute wirklich von diesem jungen Geschöpf ausgeführt worden ist? Was nützt der Fang auf der Pestinsel und der Tod dieses armen Jungen? Nichts, gar nichts Die einzige, welcher diese Beute hätte Nutzen bringen können, ist nicht in der Lage, irgendwelche Auskunft zu geben Die furchtbare Reihe von Verbrechen wird daher unaufgeklärt bleiben Das Geheimnis dieser Zeichen und Figuren ist nicht zu lösen Ja, wenn noch andere Personen Interesse an diesen beiden Gegenständen hätten, von ihrem Vorhandensein etwas wüssten Dann dürfte man hoffen, dass jene versuchen würden, sich in deren Besitz zu setzen und das vielleicht noch auf weitere Spuren führen würde Woher mag das junge Mädchen Kenntnis von dem Geheimnis erhalten haben? Woher mag es gewusst haben, dass ein Cap Map, der linkshändig ist, einen King George Bart trägt Und in dessen Wagennummer sich die drei mindestens zweimal, die null aber einmal befindet? Besitzer dieses Totenkopfmedaillon sein musste? Wer kann auf all diese Fragen Antwort geben? Sherlock Holmes ahnte nicht, dass es tatsächlich Menschen gab, die Kenntnis von dem Geheimnis des Medaillons und des Lederstückchens hatten Ja, dass sich solche bereits hier in seinem Hause befanden und auf dem besten Wege waren, sich durch Gewalt in den Besitz beider Gegenstände zu setzen Die Geschichte des Medaillons hatte eine Unzahlverbrechen zu verzeichnen Nacht für Nacht hatte man in irgendeiner stillen Straße Londons ein Cap gefunden, dessen Kutscher tot im Inneren des Wagens lag Ermordet durch einen geschickt und sicher ausgeführten Stoß, der stets das Herz durchbohrt hatte Im Asyl der Heilsarmee hatte das arme Weib enden müssen, ebenfalls auf dieselbe Art und Weise ermordet Nur, weil dessen Mann einst Capman und linkshändig gewesen war Einen Bart in der Tracht des King George getragen hatte Und der erst von ihm geführte Wagen die verhängnisvollen Ziffern aufwies Was die Mörderin bei den Kutschern nicht erreichte Bei der Frau im Asyl hatte sie das Totenkopfmedaillon endlich entdeckt Die Verbrecherin war indessen entdeckt Und Sherlock Holmes befand sich im Besitz dieser so blutgetränkten Gegenstände Ohne etwas damit beginnen zu können Und ohne zu ahnen, dass Widersacher bereits im Haus weiten Miss Hudson war fast in der gleichen Tätigkeit wie Sherlock Holmes Die würdige Dame schritt in der Küche erregt auf und ab Sie konnte sich die Stimmung ihres Brotherrn absolut nicht erklären Gewiss waren Dr. Watson und Wank daran schuld Wer weiß, was die beiden ausgerichtet haben mochten Die Wirtschafterin war eben dabei, darüber nachzugrübeln Wie sie den beiden vermeintlichen Veranlassern So recht tüchtig den Text lesen sollte Als die Türglocke geläutet wurde Na nu, Watson und Wank wissen doch Bescheid mit der Tür Wer kann denn das sein? Wieder wurde an der Glocke gezogen Die Tür öffnend gewahrte Miss Hudson einen hochgewachsenen Herrn Der gerade erneut nach der Glocke greifen wollte Und jetzt einfach den Hausflur betrat Gehen Sie hinauf und melden Sie mich bei Ihrem Herrn an Ich muss Mr. Holmes sofort sprechen Hier ist meine Karte, ein sie ein wenig die Sache drängt Das war der würdigen Hausbesorgerin dann doch zu viel In solchem Tone wagte selbst Sherlock Holmes Und wenn er noch so mürrisch oder verdreslich war Nicht mit ihr zu sprechen So viel es ihre Figur zuließ, sich in Position zu setzen Fragte die in ihren heiligsten Gefühlen verletzte, arg gekränkelte Dame Sie scheinen zu glauben, mein Herr Sie befinden sich hier in der ersten besten Kutscherkneipe In einer solchen mag ihr Ton gebräuchlich sein Nicht aber... Ich will Ihnen etwas sagen, meine beste Frau Unterbrach der Besucher die Eifernde Ich weiß genau, dass Mr. Sherlock Holmes über eine große Sache nachdenkt Wenn Sie mich jetzt nicht sofort anmelden und Ihr Herr dann später erfährt Wie lediglich durch Ihre Schuld ein nie wieder gut zu machendes Unheil geschehen ist So bin ich überzeugt, Sie werden danach nichts mehr zu lachen haben Der Herr hatte so ernst gesprochen, dass Miss Hudson doch nicht länger zu zögern wagte Sondern mit allerdings nicht sehr höflicher Stimme fragte Wen soll ich melden? Hier meine Karte, sagen Sie Ihrem Herrn nur ausdrücklich Es handele sich um Aufklärung betreff eines gewissen Medaillons Verstanden? Miss Hudson nahm die ihr gereichte Karte Ohne zu antworten stieg sie die Treppe hinauf Kaum war die alte Dame verschwunden Als der Fremde nach der Haustür eilte Diese behutsam öffnete und ein Zischen hören ließ Die Tür auflassend eilte der sonderbare Besucher Dann nach dem Treppenaufgang ging der zurückkommenden Dame entgegen Und sagte lauten Tones, nicht warm, Mr. Holmes ist bereit, mich zu empfangen Wollen Sie mir bitte den Weg zeigen? Der Besucher versperrte die ganze Breite der Treppe So dass Miss Hudson verhindert wurde, nach unten zu sehen Ohne eine Ahnung, dass das laute Sprechen dazu diente Ein leises Geräusch, veranlasst durch das Eindringen unerbietener Gäste, zu überhören Antwortete sie daher, Mr. Holmes will sie allerdings empfangen Sie wollen mir also folgen Der große Detektiv hatte vorher anfangs den Eintritt der alten Dame gar nicht beachtet Erst als Miss Hudson ihm die Visitenkarte entgegenstreckte Fragte er unwillig, was soll das? Ich habe doch angeordnet, dass ich für niemanden zu Hause sei Habe ich dem Herrn alles gesagt, Mr. Holmes? Dieser Gentleman mit recht wenig Manieren meinte Ich würde es zu bereuen haben, wenn ich noch länger zögere Ihn zu melden, es handele sich um ein Medaillon oder dieartiges Er verlangte, wo ist der Herr? Unten steht ihr, da ich nicht wusste, ob sie ihn Führen Sie den Mann sofort herauf Wo ist Dr. Watson? Wo steckt Wang? Die beiden werden dort sein, wo sie schon seit vier Tagen sind Herumtreiben werden sie sich Ich sage Ihnen, Mr. Holmes, mit diesen Sagen Sie jetzt nichts, Miss Hudson Führen Sie nur den Herrn herauf Während die alte Dame verschwand, nahm Sherlock Holmes nochmals die Karte zur Hand Und las die Aufschrift Reverend Jonathan Brownshire, George Chester Weiter stand auf der Karte nichts Ich wette, Miss Hudson hat sich verhört Was soll dieser Reverend wohl von dem Medaillon wissen? Bevor Sherlock Holmes noch weiter über diese Frage nachgröbeln konnte Tat sich die Tür auf und der unhöfliche Besucher betrat das Zimmer Miss Hudson aber empfand auf einmal das Bedürfnis, die verschiedenen Möbel des Arbeitszimmers vom Staub zu säubern Sherlock Holmes durchschaute und vereitelte ihre Absicht, während der folgenden Unterredung im Zimmer zu bleiben, sofort Miss Hudson, sie wollen unten aufpassen und wenn Dr. Watson oder Wang sich einstellt, diesen sofort zu mir zu schicken Das war deutlich Im höchsten Maße verstimmt verließ die würdige Dame das Zimmer Der Detektiv hatte, während er zu seiner Wirtschafterin sprach, nicht bemerkt, wie ein rascher Blick des Besuchers den Schreibtisch streifte Auch das triumphierende Aufleuchten in seinem Gesicht sah er nicht Als er sich umwandte, waren die Züge wieder in der Gewalt des Eingetretenen Wollen Sie bitte Platz nehmen und mir sagen, was sie zu mir führt? Meine Hausdame sagte mir Weiter kam Sherlock Holmes in seiner Begrüßung nicht, denn draußen auf der Treppe erscholl in diesem Augenblick ein Schrei Zur Türeilend wurde diese von außen aufgestoßen und Miss Hudson kam ins Zimmer gestürzt Ihre Haube war heruntergerissen, die Schürze hing zerfetzt in den Bändern Hastig rief sie ihrem Herrn zu Mr. Holmes, es sind Banditen in unser Haus eingedrungen, man wollte mich Sherlock Holmes, im Begriff der alten Dame zu Hilfe zu eilen, bekam plötzlich mit einem Sandsack einen Schlag von hinten über den Kopf, wie vom Blitzgefeld sank er zu Boden Auch Miss Hudson kam zu keiner Gegenwehr Drei Kerle hatten sie gepackt, einer von ihnen hatte seine Hand auf ihren Mund gepresst und mit großer Gewandtheit knebelten und banden die Kerle Miss Hudson Der Mann, der als Besucher zuerst in das Haus eingedrungen war und dann den Hausherrn hinterrücks niedergeschlagen hatte, entpuppte sich als der Anführer der Bande Denn er sagte befehlenden Ton es Legt die beiden hierher und dann macht, dass ihr weiterkommt Ich habe hier noch zu tun, komme aber sofort nach Vergesst nicht, in diesem Haus darf nichts angerührt werden Schnell fort mit euch, erwartet mich bei Billy Wilson Gehorsam machten sich die drei Männer davon, nachdem sie die gefesselte und geknebelte Hausdame dicht neben Sherlock Holmes, der nicht ein Glied rührte, sondern wie Tod da lag, niedergelegt hatten Der Verbrecher trat zum Arbeitstisch des Meisters und griff nach dem Medaillon und dem Stück Leder beides in seine Tasche gleiten lassend Der Streifen Papier, den Sherlock Holmes kurz zuvor, wie im Gedanken versunken, in die Tasche seiner Hausjacke gesteckt hatte mochte wohl von dem Räubern nicht vermisst werden oder der Verbrecher glaubte ihn noch in seinem Versteck befindlich Der Besucher warf einen Blick auf die beiden Opfer und sah die wutfunkelnden Augen der würdigen Misshatzen auf sich gerichtet Warte nur, mein Täubchen, drohte der Schurke jetzt absichtlich mit lauter Stimme Du sowie dein famoser Herr und Gebieter sollt zusammen abfahren Die alte Dame sah zu ihrem maßlosen Entsetzen, in wie furchtbarer Weise der Verbrecher seine Drohung wahrmachen wollte Auf dem Teppich häufte der Mensch den Inhalt des Papierkorbes Besprengte diesen mit Spiritus, den er mehreren Gläsern mit anatomischen Präparaten die Sherlock Holmes auf dem Aufsatz seines Schreibtisches stehen hatte, entnahm und sagte höhnisch Gleich anbrennen kann ich die Geschichte leider nicht Doch so wird es prächtig gehen Eine der auf dem Schreibtisch stehenden Kerzen ergreifend schnitt der Unmensch deren oberstes Entchen ab zündete den Docht an und stellte das Kerzenstümpfchen auf den mit Spiritus getränkten Teppich in nächster Nähe des Papierhaufens So, ein kleines Viertelstündchen genügt mir Nochmal seinen Blick durch das Zimmer und über seine beiden Opfer werfend verließ der Verbrecher das Zimmer Die alte Dame hörte deutlich, wie er von außen die Tür abschloss Das einzige, was Miss Hudson frei bewegen konnte, waren ihre Augen Diese aber wurden immer größer Sie schienen vor Angst und Entsetzen ihre Höhlen verlassen zu wollen Das drohende Unheil aber vermochte sie nur zu sehen, nicht zu verhindern Minuten, welche der Gefesselten und Geknebelten wie Jahre vorkamen, vergingen Das Lichtstümpfchen brannte immer weiter nach unten Jetzt plötzlich fiel der Docht um Im nächsten Augenblick sah die Wirlos dem Tode durch Verbrennen preisgegebene wie auf dem Teppich kleine blaue Flämmchen aufzuckten dem gefährlichen Papierhaufen immer näher rückten und jetzt eine hell auflodernde Flamme Die Haufen hatte sich entzündet Das Zimmer stand in Brand Fast wahnsinnig vor Angst und Entsetzen schloss Miss Hudson die Augen Sie vermochte das Grauenhafte nicht länger zu sehen Sherlock Holmes rührte sich nicht Was er so oft während der Ausübung seines schweren, gefahrenreichen Berufes vorausgesehen Er war endlich dem Verbrechen der Feigenhinterlist unterlegen Zweites Kapitel Dr. Watson und der Chinese Wang machen eine Entdeckung Dr. Watson, der den Meister seit Jahren genau kannte wusste, dass es am besten war diesem jetzt so wenig wie möglich in den Weg zu treten Helfen konnte er doch nicht Sherlock Holmes hätte sonst gewiss diese Hilfe nicht verschmäht Dr. Watson nahm daher kurz entschlossen den kleinen Chinesen am Ärmel und zog ihn mit sich fort Wenn aber Mister brauchen Wang und brauchen Doktor und sind dann beide nicht da wird Mister schelten und wird sagen Wang sein faul Wang gehen spazieren ist nicht zu Hause, wenn werden gebraucht Komm nur, tun einmal gescheiter und kümmere dich um nichts weiter Der Meister ist froh, wenn er uns nicht sieht Braucht er uns, wird er es uns schon sagen Wang, der vor Dr. John Watson gewaltigen Respekt besaß wagte keinen weiteren Widerspruch, sondern ging mit Drei Tage waren die beiden jungen Leute bereits von morgens bis abends unterwegs Planlos durch die Straßen Londons schlendernd kamen sie nur zu den Mahlzeiten nach Hause Heute Mittag, es war der vierte Tag hatten sie kaum das Haus Sherlock Holmes verlassen als einer der Straßenjungen, die in größerer Anzahl von dem Detektiv zur Bewachung bestimmter Caps und deren Lenker vor einiger Zeit angeworben worden waren den ersten Gehilfen ansprach Dr. Watson, ich hätte euch gerne ein Wort im Vertrauen gesagt so leitete der Bursche die Unterredung ein Du bist Bunny, den man in Soho auch das Einauge nennt, nicht wahr? Stimmt, Dr. Watson, stimmt auffällig Nun, was hast du mir zu sagen? Der Bursche sah sich nach allen Seiten um drängte sich dicht an Dr. Watson heran und flüsterte diesem zu Ich habe eine Entdeckung gemacht und glaube, sie wird euch etwas interessieren Halte dich nicht lange mit der Vorrede auf, Bunny Entweder sag, was du zu sagen hast oder geh deiner Wege Wir haben nicht viel Zeit Ein höhnisches Grinsen des kleinen Burschen war die Antwort Nicht viel Zeit ist gut, ist sehr gut Als ob ich nicht wüsste, dass ihr und der chinesische Gentleman seit drei Tagen spazieren geht am Morgen das Haus verlasst mittags zurückkehrt um dann wieder bis zum Abend fort zu bleiben Dr. Watson fuhr auf Du bist uns also nachgeschlichen Was bezweckst du damit? Bunny, ohne auf die Frage eine Antwort zu geben fragte ganz unvermittelt Sag mal, Dr. Watson Wisst ihr schon, dass die Tierbändigerin welche Aldi Capman soll abgeschlachtet haben und die der arme Ben dann mit einem Stein so famos getroffen hatte aus dem Spital gemausert weggeschleppt worden ist? Dr. Watson starrte den schmutzigen Burschen an als habe dieser soeben erzählt Er, Dr. Watson, sei vom Mond heruntergefallen Wieder glitt das höhnische Grinsen über das ungewaschene Gesicht des Straßenjungen Ja, Dr. Watson, das wundert euch Was? Es kommt aber noch viel besser Ich weiß noch viel mehr Ich wollte Mr. Sherlock Holmes fragen ob er nicht wieder einmal etwas für mich zu tun habe Die paar Tage, als wir die Wagen beobachten mussten und dafür zwei Schilling pro Tag bekamen waren das reine Götterleben Ich trieb mich also vor eurem Hause herum traute mich aber nicht so recht hinein und hoffte, Mr. Holmes einmal beim Ausgehen abzufassen Na, und dabei habe ich nun eine recht sonderbare Entdeckung gemacht Ein Bursche, den ich schon bei recht gefährlichen Arbeiten gesehen kam mit einigen anderen nach der Baker Street Und das Feuerauge, so nennt man in unseren Kreisen den geheimnisvollen Gentleman zeigte denen das Haus genau Ich konnte ungesehen beobachten wie Feuerauge seinen Leuten Instruktionen erteilte Ja, ich vermochte sogar ein paar Worte aufzufangen Es war da von Sherlock Holmes von einem Totenkopf-Medaillon und auch von der Kranken die Rede Bunny schwieg Dr. Watson aber fragte Und das ist alles, Bunny? Weißt du nicht, wo die Leute dann blieben? Es wäre traurig, Dr. Watson, wenn ich das nicht wüsste Ich weiß, dass Feuerauge die Leitung hatte als man die Bewusstlose aus dem Krankenhaus entführte Ich weiß, wo er seinen Einschlupf hat und ich habe auch erfahren, dass etwas gegen Sherlock Holmes geplant ist Nur muss noch nicht alles in Ordnung sein denn Feuerauge scheint auf etwas zu warten bevor er seine Leute an die Arbeit gehen lässt Was das ist, weißt du natürlich nicht, Bunny Ich konnte es bisher nicht erlauschen Feuerauge ist ein schlauer und vorsichtiger Hecht Wer und was ist der Genannte eigentlich? Sehr lange kann er noch nicht in Soho sein Ich hätte sonst gewiss schon seine Bekanntschaft gemacht Stimmt, Dr. Watson? Stimmt genau! Lange ist er noch nicht hier Aber die Herrschaft hat er ihm gar nicht dennoch ganz und gar an sich gerissen Selbst die schwersten Jungen ducken sich unter sein Kommando Er braucht bloß einen anzublitzen und der Betreffende knickt zusammen wie unter einem Keulenschlag Seinem Blick widersteht niemand Daher hat man ihn ja auch Feuerauge getauft Und woher weißt du denn das alles? Hast du Zutritt in den Kran nicht? Ich denke, der Squirrel Rouge ist sehr vorsichtig in der Auswahl seiner Gäste Wie genau ihr doch Bescheid wisst, Dr. Watson Der rote Hai würde mich lebend schinden wenn er wüsste, dass ich seine Gäste belausche Du hast also einen geheimen Einschlupf in den Kran nicht gefunden Und was für einen Ich habe nicht nur eine feine und trockene Unterkunft von der aus ich die Gäste des roten Hais belauschen kann Ich habe auch noch eine weitere wichtige Entdeckung gemacht Dr. Watson wusste den Burschen richtig zu nehmen Weißt du, Bunny, was du bist? Das elendste Großmaul von ganz Soho Sich an Wank wendend, der nur wenig von der Rede verstanden und sich still verhalten hatte sagte Dr. Watson so recht verächtlich Komm Wank, lassen wir den Schwätzer stehen Er soll sich Dümmere aussuchen, denen er seine Märchen erzählen kann Das saß Was? Ich? Märchen erzählen? Ihr glaubt mir also nicht, Dr. Watson? Auch nicht ein Wort Kommt mit, der in seiner Ehre gekränkte Straßenjunge sagte weiter nichts Diese zwei Worte genügten jedoch John Watson vollständig, denn er hatte seinen Zweck erreicht Zu derselben Zeit, als in der Baker Street der Überfall ausgeführt wurde, standen die drei Watson, Wank und Bunny in einem der verrufensten Winkel von Soho vor einer hohen Brandmauer Der Flankenseite eines Hauses, das des Nachbarn schon seit Jahren harrte Bunny machte sich am Erdboden zu schaffen und Dr. Watson sah, wie der Straßenjunge sich bemühte, über eine alte Kalkgrube gelegte Bohlen aufzuheben Dr. Watson wollte eben helfend eingreifen, doch Bunny hatte mit einer Gewandtheit, die oftmalige Übung verriet, zwei der Bohlen zur Seite geschafft und war durch den so geschaffenen Spalt in die Tiefe verschwunden Dr. Watson, ohne lange zu zögern, folgte nach, auch Wank befand sich gleich darauf in der übel riechenden Grube Tiefe Finsternis umgab die drei Bunny hatte von ihnen die Bohlen wieder in ihre alte Lage gebracht Dr. Watson wollte seine elektrische Laterne, ohne die er nie ausging, einschalten Doch der Straßenjunge, der wohl derartiges erwarten mochte, warnte Kein Licht und die größte Vorsicht Dr. Watson, wir sind hier in gefährlicher Nachbarschaft und haben verdammt wenig Veranlassung zu wünschen, dass man uns entdeckt Ich glaube, es würde uns nicht allzu gut bekommen Halten Sie sich nur an mich fest, Ihr Begleiter mag dasselbe bei Ihnen tun Wir sind direkt unter dem Schankzimmer und müssen durch den ganzen Keller hindurch Der Straßenjunge wusste wirklich genau Bescheid Ohne anzustoßen, führte er seine beiden Begleiter im Finstern durch verschiedene Räume bis zu einer Mauer Einiges Gerümpel, vorsichtig beiseite räumend, legte er eine Luke in der Mauer frei Alle drei krochen durch die Öffnung Bunny langte zurück und zog das alte Gerümpel wieder vor den Durchschlupf Ein schachtartiger Raum, der sich nach oben ausdehnte, lag vor ihnen Es waren die beiden Brandmauern der aneinanderstoßenden Häuser Der Raum war von dem Erbauer zu irgendeinem Zwecke angelegt worden, den man nicht sogleich herausfand Bald sollte der Gehilfe des Meisters ihn jedoch erkennen Wir können jetzt für einen Augenblick Licht machen, hier wird uns keiner sehen Wenn wir freiwillig nach oben kommen, ist wieder Vorsicht notwendig, flüsterte Bunny Nach oben? Wie sollen wir? Ach so! Das Licht der Laterne flammte auf und Dr. Watson sah in der Mauer eiserne Winkel, die ein Aufsteigen ermöglichten Einer nach dem anderen, Bunny fuhr rauf, machten sich die drei an die nicht allzu bequeme Kletterpartie Ein niedriger Bodenraum nahm die drei endlich auf Bunny wies auf eine Anzahl Löcher, welche links und rechts an den Wänden zu sehen waren Dr. Watson trat an die linke Seite des Raumes, steckte seinen Kopf durch eines der Löcher und konnte nun in das Gastzimmer des Kranich hinuntersehen Den Kopf wieder zurückziehend, wollte Dr. Watson etwas fragen Doch Bunny fasste ihn beim Ärmel und führte ihn nach der entgegengesetzten Seite des breiten und langen Raumes still auf die hier befindlichen Löcher deutend Mit nur einem mühsam unterdrückten Ausruf des Erstaunens fuhr Dr. Watson zurück und blickte den Straßenjungen verwundert an Bunny weidete sich einen Augenblick an der erzielten Überraschung und fragte dann An eine solche Nachbarschaft habt ihr doch sicher nicht gedacht, wie Dr. Watson? Was ist das für ein Saal dort unten, Bunny? Wartet nur noch ein Stündchen oder zwei und ihr werdet aus den Besuchern und deren Unterhaltung schon herausbekommen, was für ein Saal es ist Falls Sie aber Langeweile haben solltet, so könnt ihr ja nach der anderen Seite hinübergehen und euch mal die Unterhaltung der Gäste des Kranichs anhören Denn das ist meine letzte Überraschung Man kann von hier oben nicht nur die beiden verschiedenen Räume genau übersehen Man versteht auch jedes Wort, das unten gesprochen wird Aufmerksam lauschte Dr. Watson hinüber Feuerauge betritt in Begleitung zweier Männer das Extrazimmer des Kranichs Diese drei Personen unterhalten sich nicht nur von einem soeben glücklich zu Ende geführten Streich gegen Sherlock Holmes ohne zu ahnen, dass die beiden Gefährten des Detektivs die Unterredung von oben belauschen Feuerauge nimmt aus seiner Tasche ein Totenkopfmedaillon heraus geht dann zu einem Eckschränkchen des Zimmers, öffnet es, greift hinein und legt ein zweites Medaillon dem ersten peinlich genau ähnlich auf den Tisch Wie ihr oben durch die Luke lauschende Dr. Watson hört, wie Feuerauge seinen beiden Komplizen die Geschichte dieser beiden Medaillons erzählt Beinahe ein Menschenalter ist vergangen, seit San Francisco, die Goldgräberstadt, wieder einmal ein Raub der Flammen geworden war Eine ungeheure Feuersbrunst, deren Entstehen niemand kannte, aber jeder einer verbrecherischen Hand zuschrieb legte innerhalb weniger Stunden den größten Teil der Stadt in Schutt und Asche, wie es schon mehrmals vorher geschehen war Freilich war es nicht das San Francisco von heute, welches an allen Ecken brannte, von den Steinpalästen, die später die Straßen zierten, war damals noch keine Rede Das damalige San Francisco bestand meist nur aus Häuschen, deren Gerippe von Holz, deren Wände aber aus Leinwand bestanden Häuser, die rundherum mit Bretter verschalt waren, wie etwa das Gerichtsgebäude, die Bank und einige Kirchen, galten als Seltenheit, gaben aber jetzt den besten Brennstoff ab Auch die auf dem Platz Major Dome, damals der wichtigste Mittelpunkt der Stadt, stehenden Hotels und Spielzelte, waren allesamt ein Raub der Flammen geworden Ja, es ging das Gerücht, hier sollte der Brand gelegt worden sein So unglaublich war dieses Gerücht nicht In diesen Spiel- und Schankzelten trieb sich der gefährlichste Teil der Einwohnerschaft der Stadt herum Hier war den aus den Bergen zurückkehrenden Goldsuchern, von gewissenlosen Bankhaltern und deren Helfeshelfern die Ausbeute von oft wochen- und monatelanger mühsamer Arbeit durch Fallspiel abgenommen worden Und Mord und Totschlag waren in diesen Zelten durchaus alltägliche Vorkommnisse Ziemlich in der Mitte des Platzes, neben den Ruinen der bis an die Grundmauern niedergebrannten Kathedrale, wohl des einzigen aus Stein ausgeführt gewesenen Gebäudes der Stadt, standen drei Männer in eifriger Beratung Sie waren in ihrer Unterhaltung so vertieft, dass sie die Gestalt, die sich bis dicht an die Mauer, an der sie standen, herangeschlichen, nicht gewahrten Was sagt ihr nun, Mr. Eisenfaust? sagte der eine der Männer, von kleiner geschmeidiger Gestalt, dem man den Mexikaner auf hundert Schritt Entfernung ansah, seinen Nachbarn, einen wahren Hühnen Jetzt, wo wir unter Aufwendung all unserer Mittel die nötige Ausrüstung zusammen hatten und dicht vor dem Aufbruch nach dem Goldtale der Senora standen, brennt die Stadt und damit auch diese verdammte Boutique, die sich so pralerisch Hotel Il Major Dome nannte, nieder und wir stehen völlig mittellos da Der mit Eisenfaust angesprochene Riese blickte auf seinen kleinen Begleiter nieder und sagte mit ruhiger Stimme Was jammert ihr Goldauge? Was verbrannt ist, ist eben fort Unsere Büchsen und Kleider haben wir gerettet, das Allerwichtigste Ihr wisst wohl, was ich meine, wo ist da ein Grund zum Klagen? Wir kehren einfach nach Mexiko zurück, jagen ein Jahr lang fleißig und schaffen die Fälle wieder hierher Wir haben dann genügend Geld, um die jetzt verbrannte Ausrüstung von neuem anschaffen zu können Alles, was wir wirklich durch den Brand verlieren, ist ein Jahr Zeit Der Kanadier, ein solcher war der Hühne, wendete sich an die anderen Genossen Was sagt ihr, Mr. Weinberg? Warum seid ihr, der sonst allzeit Lustige, so betrübt? Wollt ihr auch den Kopf verlieren wie Goldauge? Ich bin weder betrübt, noch habe ich den Kopf verloren Ich denke nur an den Vorschlag, den vor einigen Tagen John Brown gemacht hat Ah, ihr meint das Anerbieten, eine größere Gesellschaft anzuwerben, um die von uns entdeckte Goldhöhle auszubeuten? Sagt mal Mr. Weinberg, wie kann dieser schuftige Englishman, dessen Galgengesicht ich keine fünf Schritte weit traue Nur von unserem so streng gehüteten Geheimnis Wind bekommen zu haben? Dass ihr nicht geplaudert habt, weiß ich Ebenso habe weder ich noch Goldauge ein Wort an unrechter Stelle verloren Die Schurke muss uns unbedingt belauscht haben, wenn ich auch nicht begreifen kann, wann und wo Auch ich weiß nicht, wie John Brown hinter unser Geheimnis hat kommen können Dass er aber von unserem Plan weiß, ist nicht mehr zweifelhaft Erst vorhin hat er mich gestellt und mir ein neues Anerbieten gemacht Das war auch die Ursache meines Stillschweigens Was hat er euch denn geboten? Es war Goldauge, der diese Frage getan hatte Der Deutsche wandte sich wieder dem Mexikaner zu und erwiderte So übel hört sich der mir gemachte Vorschlag gar nicht einmal an John Brown will nicht nur alle nötigen Auslagen bar bestreiten Er will uns auch die alleinige Auswahl der anzuwerbenden Teilnehmer überlassen Er verlangt für sich nichts extra, sondern will als Koch der Kompanieschaft sogar Dienste leisten Und mit dem gemeinsamen Beuteanteil zufrieden sein Er ist überzeugt, die Ausbeute der Goldhöhle sei so riesengroß, dass jeder Teilnehmer an der Expedition Sich mit Gold beladen könne und dennoch nur ein kleiner Bruchteil der vorhandenen Schätze mit fortgenommen werden würde Der Satan hole den Schuft, er weiß genauso Bescheid wie wir drei Es fehlte bloß noch, dass er das Geheimnis der Totenköpfe entdeckt Und den von Goldauge gezeichneten Plan in die Hände bekäme Dann braucht er uns nicht, sondern könnte den Fund selber ausbeuten Der Kanadier stieß wütend diese Worte hervor Der Deutsche aber sagte Seht ihr, Mr. Eisenfaust, an diesem John Brown, dem auch ich nicht allzu sehr gewogen bin Und nicht gerne in meiner Nähe dolde Hat mich frappiert, dass der Bursche ganz unverhohlen sagte Wenn er den Weg nach der Höhle allein zu finden wüsste Hätte er dem Teufel was getan und uns ein Anerbieten gemacht Noch länger dauerte die Rede und Gegenrede der drei Männer Als sie den Platz verließen, erhob sich einige Minuten später der Lauscher vom Boden Und blickte den dreien spöttisch nach John Brown, ich gratuliere, dein Weizen blüht Die drei Dummköpfe gehen tatsächlich in die Falle Mögen mir diese Tölpel nur erst den Weg zur Höhle zeigen Dafür, dass sie nichts von der Beute fortschleppen sollen Werde ich zur rechten Zeit schon sorgen Vier Monate später nach diesem Selbstgespräch Lagerten am Rio Grande in der Senora, jener vor Jahrhunderten in höchster Blüte stehend Jetzt aber zur Wüste herabgesunkenen Provinz des ehemaligen Aztekenreiches Vor dem verfallenen Eingang eines alten Gürzentempels Ein Trupp Männer, wenig vertrauenerweckend aussehen Und alle bis an die Zähne bewaffnet Abgesondert von diesem Trupp lagen in eifrigster Beratung Vier Männer auf einer am Boden ausgebreiteten Wolldecke Es waren der Kanadier Eisenfaust, der Mexikaner Goldauge, der Deutsche Weinberg Und endlich die Engländer, oder besser gesagt die Amerikaner John Brown Unbeschreibliche Mühsale lagen hinter diesen Abenteuern Jetzt war jedoch das Ziel erreicht Dieser verfallene Götzentempel, auf dessen Alteren einstmals tausende von blutigen Menschenopfern Dem Obergott Itzli-Putzli dargebracht worden waren Bildete den geheimen Zugang zu der von Goldauge durch Zufall entdeckten Goldhöhle Der einstigen Herrscher des gewaltigen und hochkultivierten Aztekenvolkes Die 20 Mann, welche die Hauptgruppe bildeten, wussten nichts von dem eigentlichen Plan der Expedition Sie waren vor vier Monaten in San Francisco von John Brown Nachdem dieser von den drei Besitzern des Geheimnisses in den Bund aufgenommen worden war Für eine Expedition nach der Senhora angeworben worden Hatten das Handgeld angenommen Waren unterwegs genau nach ihrem Vertrag verpflegt und besoldet worden Und warteten gespannt der Dinge, die da kommen würden Auch John Brown wusste nur den Zweck der Expedition War aber in das Geheimnis nicht weiter eingeweiht worden Ich kalkuliere, Mr. Eisenfaust, sagte der Geldgeber jetzt zu dem Kanadier Es würde nichts schaden, wenn ihr endlich mit eurem Geheimnis herausrückt Ich habe meinen Part treu und brav gehalten Habe mein ganzes Vermögen an dieser Sache gewagt Und möchte nun verdammt gerne wissen, ob sich die Fahrt hierher auch wirklich lohnt Ich habe mich, während ihr geschlafen, in diesen Ruinen umgesehen Und keinen Winkel undurchsucht lassen Aber der Teufel soll mich stückweise holen Wenn ich auch nur das Geringste hätte entdecken können Was wie ein Eingang zu einer Goldhöhle aussieht Zeigt mir endlich die Zeichnung, von der ich euch oft im geheimen Tuscheln hörte Ich kann das Gefühl nicht loswerden Die ganze Sache beruhe auf einem gottverdammten Schwindel Also heraus mit eurer Zeichnung Holla, holla, Mr. Brown, das Goldfieber hat euch hier mächtig gepackt Mann, was faselt ihr davon der Herausgabe einer Zeichnung? Davon ist kein Wort gesprochen worden Ihr habt euch soeben wieder verraten, dass ihr ein falsches Spiel treibt Und ein verfluchter Spion seid, der ehrliche Leute zu belauschen liebt Goldauge war wütend bei seinen Worten aufgesprungen Doch der Deutsche zog den Mexikaner auf seinen Platz zurück Sich an Brown wendend, sagte er zu diesem Hütet euch, Mr. Brown, und lasst uns eure Karten nicht zu früh sehen Wir werden euch morgen in die Höhle führen Wir werden dann von der dort angehäuften Beute so viel mitnehmen Als jeder Teilnehmer der Expedition zu tragen vermag Und machen uns wieder auf den Rückweg Genau wie es unser Vertrag besagt Wenn ich nur den Eingang zu wissen bekomme Weiter will ich nichts Der Mexikaner, der John Brown wohl am meisten durchschaute, spottete Mr. Schlaukopf, ihr seid auf dem Holzwege Wohl werdet ihr von uns in die Goldhöhle geführt werden Aber wenn ihr hofft, später den Eingang ohne uns zu finden So werdet ihr schon euer blaues Wunder erleben So wenig, wie ihr vorhin den Eingang gefunden Obgleich ihr mit eurer Nase dicht davor gestanden habt So wenig werdet ihr ihn wiederfinden Wenn ihr auch in unserer Begleitung die Höhle betreten haben werdet Ohne unser Geheimnis gelangt kein Mensch in die Höhle Und das ruht hier wohl verborgen Versteht ihr, Mr. Fuchs? Goldauge schlug bei diesen Worten auf seine Brust Er sah den teuflischen Blick des Goldgierigen nicht Er hätte sich sonst gewiss nicht so unbesorgt auf die Decke zurückgelegt Um sich den Schlafe hinzugeben, wie er es jetzt tat Einige Monate später wurde vor der bedeutendsten Hafenstadt Der konfederierten Staaten Mexikos, San José de Cuyamas Ein wenig abseits von der nach der Hauptstadt der Provinz Sonora Hermesolo führenden Landstraße Ein grauenhafter Fund gemacht In einer verkommenen Herberge wurden die gesamten Mitglieder Der Sonora Expedition tot aufgefunden Und zwar waren die Männer Wie ein endlich sich einstellender Arzt konstatierte Einer Vergiftung gelegen Ob eine verbrecherische Hand Oder ein unglücklicher Zufall Hier sein Spiel getrieben Blieb unaufgeklärt Da sich keinerlei Anzeichen Für die eine oder die andere Annahme finden ließen Da nichts an Wert bei den Toten gefunden wurde Glaubte man eher an einen unglücklichen Zufall Als an ein Verbrechen Wahrscheinlich hatten die Männer gemeinsam irgendetwas gegessen Oder getrunken Was ihnen den Tod gab Dass zwei von den Beamten der Polizei Beim Durchsuchen der Toten Verschiedene Gegenstände beiseite brachten Kümmerte niemand So wenig wie sich jemand darum kümmerte Dass sich der Yankee John Brown Nicht unter den Vergifteten befand Das Totenkopfmedaillon Das der Schurke Brown dadurch erhalten hatte Dass er sämtliche Teilnehmer der Expedition Von vergifteten Speisen essen ließ Hatte die ersten Opfer gefordert Der Yankee hatte sich Nachdem das Gold von der Expedition der Höhle entnommen war Davon überzeugt Dass der Mexikaner Goldauge die Wahrheit gesprochen hatte Nur mit Hilfe des im Inneren des Totenkopfmedaillons verborgenen Schlüssels Und der auf dem Lederstückchen stehenden Zeichnung War für den Nicht-Eingeweihten der Zugang zu dieser Höhle In der noch tausende solcher Lasten wie ihr entnommen Lagerten aufzufinden Dieser Schlüssel, wie auch die Zeichnung Ruhte auf der Brust Goldauges Der Mexikaner war auf der Hut Er hatte vom Anfang an gegen den Yankee einen Verdacht Doch war durch Gewalt oder List gegen den Mann nicht anzukommen Auch Eisenfaust sowie der Deutsche hielten zu ihrem Kameraden John Brown hätte gewiss schon am Rio Grande Nachdem er den fabelhaften Reichtum der Goldhöhle gesehen Seinen Mordplan ausgeführt Doch der Schurke handelte es sehr überlegt Er ließ sich erst die der Höhle entnommene Beute Durch die Genossen bis dicht zur Hafenstadt schleppen Wäre es ihm doch nicht möglich gewesen Diese großen Lasten allein fortzubringen Monate waren seit dem Aufbruch der Expedition vergangen Da kehrte ein völlig erschöpfter, kranker Mann Aus dem Inneren des Landes Nach San Jose de Goyamas zurück Niemand kannte ihn Alle aber waren verwundert Dass der Mann, anstatt, wie er es doch so nötig gehabt Ruhe und Pflege zu suchen Sich um die Toten der Expedition kümmerte Das heißt, eigentlich forschte der Fremde Nur nach dem Verbleib zweier Personen der Expedition Oder, um es noch genauer zu sagen Nach dem Verbleib der von diesen beiden Personen hinterlassenen Kleider Und sonstigen Effekten John Brown, dieser war der so ermattete Reisende Hatte eins in müssen, dass der den Massenmord ganz vergeblich ausgeführt hatte Was er dem Mexikaner von der Brust geraubt Eine Ledertasche mit einem Totenkopfmedaillon Und einem Stückchen Leder mit einer Zeichnung War nur der dritte Teil des zur Auffindung der Goldhöhle Unbenötigt nötigen Schlüssel Daran hatte der habgierige Verbrecher nicht gedacht Am Rio Grande hatte er tagelang vergeblich den Eingang gesucht Doch es wurde ihm klar Dass er nur ein Drittel des Schlüssels in den Händen hielt Die beiden anderen Drittel befanden sich Bei den in der verwahrlosten Herberge zurückgelassenen Toten Aus einer Aufzeichnung Die der Mörder in dem Brustbeutel seines Opfers gefunden Und die er erst als unwichtig gar nicht beachtet hatte Erfuhr er, dass Goldauge die Höhle entdeckt Und dass der Deutsche, welcher ein geschickter Goldschmied gewesen Nicht ein Medaillon, sondern deren drei angefertigt hatte Dass die Schlüsselschrift in drei Teile zerlegt worden Und dass eine Lösung nur möglich sei Sofern alle drei Teile beisammen wären Genauso war es mit der nach indianischer Manier Auf Leder geritzten Zeichnung Auch hier mussten alle drei Lederteile zusammen sein Sollte die Zeichnung verstanden werden Ohne Zweifel befanden sich Eisenfaust und Weinberg Im Besitz der beiden anderen Teile Der Mörder sah ein Es galt so schnell als möglich Nach dem Ort seines grauenhaften Verbrechens zurückzueilen Um dort zu versuchen Die beiden noch fehlenden Teile aufzufinden Nach endlosen Mühen musste der Verbrecher einsehen Dass es jetzt eine wilde Jagd galt Die beiden Polizisten hatten Diese Überzeugung bekam John Brown Nach wochenlangen, unermüdlichen Forschungen Nicht nur die beiden fehlenden Medaillons Und Lederstüchen beiseite geschafft Sie wussten sicher auch Welche große Bedeutung Welchen riesenhaften Wert Diese so unscheinbar aussehenden Gegenstände repräsentierten Die Polizisten aber Waren aus der Hafenstadt spurlos verschwunden Inzwischen vergingen wieder ein paar Jahrzehnte In dem Dachstübchen eines Hauses von Soho Liegt ein gebrochener Kreis auf einem erbärmlichen Lager Über ihn beugte sich ein junger Bursche Und lauschte voller Begier auf die gehauchten Worte des Sterbenden Ihr wisst also jetzt genau, John Wo sich die beiden kostbaren Gegenstände befinden? Fragte der Junge, dem trotz seiner Jugend Schon alle Laster ihre Zeichen in das Gesicht gegraben hatten Aufgeregten Tones den Sterbenden Wohl weiß ich es, doch was nützt es mir? Ich liege auf meinem letzten Lager Die Schatten der von mir ermordeten Opfer Stellen sich Nacht für Nacht ein und drohen Um der Barmherzigkeit willen, Antonio Hole einen Geistlichen Ich kann nicht ohne Beichte sterben Einen verächtlichen Blick auf den Verbrecher werfend Der nach seinen eigenen Erzählungen Menschen auf Menschen gemordet Um seinem Ziele, dem Besitz der drei Medaillons, näher zu kommen Erwiderte der mit Antonio angesprochene Ich hole ihn Doch zuvor sage mir Wer hat die fehlenden Teile? Wer hat die beiden anderen Medaillons? Und vor allem Wo ist das eure? Antonio, hole mir den Geistlichen Er soll mein Geheimnis erfahren Nur in seine Hand will ich das verfluchte Medaillon legen Ich habe alles genau niedergeschrieben Es liegt unter meinem Kopf Aber Antonio, ich rate dir Fasse das verfluchte Medaillon nicht an Du weißt nicht, wie viel Blut schon daran klebt Es bringt seinem Besitzer nur Fluch und Verderben Treibt ihn zum Verbrechen Antonio, Antonio, Teufel Also, willst du nicht hören? Du willst Ein widerlicher Kampf hatte sich entsponnen Der junge Bursche hatte kaum vernommen Der alte habe seine Geständnisse Und die Ereignisse seiner jahrelangen Forschung niedergeschrieben Und das Geschriebene unter seinem Kopfkissen verborgen Als er auch schon den alten packte Und ihn im Bette aufzurichten versuchte Um in den Besitz der Schriften zu gelangen John Brown aber Schon an der Todespforte stehend Raffte alle seine schwachen Kräfte noch einmal zusammen Und warf sich dem Räuber, seines Schatzes, entgegen Da, das Aufblitzen eines Messers Ein Stoß nach der Brust des Kreises Ein Blutstrom aus röchelnder Kehle Das Totenkopf Medaillon hatte seinen Herrn gewechselt Und ein neues Opfer gefordert Und wieder war eine Reihe von Jahren vergangen Aus dem jungen Burschen Antonio war ein Mann geworden Und dieser Mann führte in Verbrecherkreisen den Spitznamen Feuerauge In einem Extrastübchen der Kaschemme zum Kranich Saß Feuerauge einem entzückenschönen Mädchen gegenüber Und du bist sicher, Antonio, dass du das dritte Medaillon aufspürst Wenn wir das zweite erst haben? Ich weiß jetzt genau, in wessen Hand sich dieses dritte Medaillon befindet, Manuela Wäre die Reise nach Deutschland nicht, ich hätte zuerst dieses dritte Medaillon zu erhalten getrachtet So ist es, doch lass uns mit unserer jetzigen Verhandlung zu Ende kommen Du willst also im vollsten Ernst versuchen, den Kutscher herauszufinden? Vergiss nicht, die nächste Vorsicht ist geboten Der Mann soll nicht wissen, welche Bedeutung sein Besitz hat Kommst du nun und versuchst ihm das Medaillon abzuhandeln Vorausgesetzt natürlich, dass du ihn erst gefunden hast So kann er sofort stutzig werden und vermuten, sein Besitz könnte einen besonderen Wert haben Das aber muss unbedingt vermieden werden Verlasse dich darauf, Antonio Ich finde den Burschen und nehme ihm das Täschchen ab Ohne dass er imstande ist, auch nur ein Wort des Widerspruchs zu tun Mein Messer hat lange keine Arbeit verrichtet Das so schöne Gesicht des jungen Mädchens Hatte sich bei diesen Worten zu einer wahren Teufelsfratze verzerrt Selbst Feuerauge schien sich vor dessen Anblick zu entsetzen Es war das Gesicht einer Wahnsinnigen, das dem Manne entgegenleuchtete Und ihn zurückschrecken ließ Doch nur einen Augenblick, dann hatte sich Feuerauge wieder gefasst Er mochte seinen Plan bei diesem jungen Mädchen in den besten Händen wissen Du weißt also, der Capman, der zu suchen ist, trägt einen King George Bart Ist linkshändig und sein Wagen hat eine Zahl, in der die drei mindestens zweimal Und die Null einmal vorkommt Die Aufzeichnungen, welche ich durch Zufall erhielt, geben darüber keine genauere Aufklärung Kannst du mir das Medaillon, das du im Besitz hast, zeigen? Ich frage nicht aus Neugierde, sondern der Sicherheit halber Ich will keinen Missgriff begehen Antonio griff in seine Brusttasche und holte aus einem kleinen Lederbeutel Das bekannte Totenkopfmedaillon sowie das Stückchen Leder hervor Der Schilderer machte eine Pause, trank sein Glas leer und lachte Nicht wahr, Beuys, wenn ihr diese beiden Dinger auf der Straße finden würdet Großen Wert würdet ihr dem Fund nicht zusprechen Jedem seiner Genossen ein Medaillon zuschiebend, fuhr er fort Hier, versucht einmal, den Mechanismus zu öffnen Lächelnd sah Feuerauge zu, wie seine beiden Gefährten sich vergeblich bemühten Den Verschluss, der nach Behauptung des Führers an dem kleinen Totenkopf zu finden sein sollte, aufzuspüren Hör mal, Feuerauge, wenn du uns nicht zum Besten hältst Und dieser Kopf sich wirklich öffnen lässt, dann ist es ein Kunstwerk Der andere Verbrecher legte sein Medaillon ebenfalls auf den Tisch zurück Auch er hatte die Lösung nicht gefunden Lachend griff Feuerauge nach einer Nadel, steckte diese erst in die linke, dann in die rechte Augenhöhle Ein kaum vernehmbares Schnappen und die Schädeldecke sprang auf, das Medaillon war offen Hastig griff Feuerauge nach dem zweiten Medaillon, öffnete auch dieses und fuhr mit einem Schrei der Wut zurück Mit einem Fluch wurde das zweite Schmuckstück auf den Tisch geschleudert, dieses zweite Medaillon war leer Was hast du, Feuerauge? Was ich habe? Betrogen bin ich worden Verloren ist alles, alle Mühe ist umsonst gewesen Der Schuft dieser Sherlock Holmes hat den Inhalt des Medaillons herausgenommen Und wir haben das Nachsehen, können die Sache jetzt als gänzlich aussichtslos fahren lassen Aber warum denn, Feuerauge? Wo du dieses Medaillon gefunden hast, wird auch der Inhalt zu finden sein So, glaubst du? Du meinst, das Feuer, welches ich in der Wohnung dieses Schuftes gelegt, wartet, bis ich nochmals zurückkomme und nach dem Papierstreifen suche? Wäre der Halunke und die beiden anderen Verbrecher nicht mit ihren Angelegenheiten allzu sehr beschäftigt gewesen, hätten sie den Ausruf des Schreckens, der von der Decke des hohen Raumes herablaut wurde, gewiss vernommen So aber kamen sie nicht auf den Gedanken, belauscht worden zu sein Oben in dem geheimen Bodenraum sagte Watson zu dem Straßenjunge Jetzt, Bunny, zeig, was du kannst Der Meister ist in Gefahr Wir müssen so schnell wie nur irgend möglich hier raus Die Worte waren in der Erregung ziemlich laut gesprochen Bunny warnte daher Wenn ihr so laut schreit, Dr. Watson, könnt ihr darauf schwören, dass wir überhaupt nicht mehr rauskommen Viertes Kapitel Ein höchst sonderbarer Diebstahl Mit ohrenbetäubendem Lärm sauste die Feuerwehr durch die Straßen Londons Die stille Baker Street war das Ziel der dahin jagenden Spritzen- und Rettungswagen Passanten hatten durch die Fenster leuchtenden Feuerschein bemerkt Und dank der Vorrichtung, dass in London an jeder Straßenecke nicht nur ein öffentlicher Feuermelder Sondern auch ein Telefon sich befindet Durch das die nächste Feuerwache angerufen und von einem entdeckten Brand in Kenntnis gesetzt werden kann War die Wehr nach wenigen Minuten zur Stelle Vorher waren schon einige beherzte Passanten in das Haus eingedrungen und nach oben geeilt Diesen Männern bot sich ein Anblick dar, den sie gewiss nicht so bald vergessen würden Das Zimmer stand in hellen Flammen Auf dem Boden lagen zwei Personen, von denen die eine, eine alte Dame, an Händen und Füßen gefesselt war Während der Mann, der daneben lag, tot zu sein schien Glücklicherweise waren die eingedrungenen Männer keistes gegenwärtig genug, nicht lange zu zaudern Sie ergriffen die beiden bewusstlosen Personen und schleppten sie hinaus Durch den Umstand, dass die Gardinen als erstes Feuer fingen, war der Brand schnell entdeckt worden Auch die zerplatzten Fensterscheiben trugen einen guten Teil zur Rettung bei Hätte der Rauch und Qualm keinen Abzug gefunden, wären die beiden am Boden liegenden sicher erstickt Als die ersten Versuche, die bewusstlosen zu erwecken, ergebnislos blieben, wurden sie in das Rettungsauto gewettet Und nach dem nächsten Krankenhaus geschafft Inzwischen war auch die Polizei zur Stelle, der dem Detektiv befreundete Inspektor Bird hatte sich von den Rettern, die zuerst in das Haus und in das Zimmer eindrungen, genau erzählen lassen, wie die beiden Gefesselten gefunden worden waren Wodurch zweifellos festgestellt wurde, dass hier ein Verbrechen vorlag Als Dr. Watson und Wang atemlos herbeikamen, war der Brand bereits so gut wie gelöscht Auch die Polizisten hatten das Haus schon verlassen Nach dem Krankenhaus Eiland fanden Watson und Wang die würdige Miss Hudson bereits wieder bei Besinnung Die alte Dame hatte anscheinend durch den Überfall nicht sehr gelitten Fing sie doch, kaum dass sie die beiden jungen Leute erblickte, wieder an zu zanken und zu schimpfen Das war bei ihr das sicherste und beste Zeichen, dass alles in schönster Ordnung sei Mit Sherlock Holmes schien die Sache schlimmer auszusehen Die Ärzte fanden zwar keine Verletzung an dem Bewusstlosen, aber alle Bemühungen, den Detektiv wieder zur Besinnung zu bringen, waren ergebnislos Als die Nacht hereinbrach, mussten sowohl Miss Hudson als auch die beiden Gehilfen das Krankenhaus verlassen Mit der würdigen Dame kostete das den Ärzten erst einen heftigen Kampf So leicht ließ sich Miss Hudson nicht davon überzeugen, dass es die Ordnung des Krankenhauses nicht dulde Wenn an jedem Krankenbett die Angehörigen des dann niederliegenden über Nacht dablieben und wachten Erst die hoch und heilig gegebene Versicherung, man würde kein Auge von Sherlock Holmes lassen Konnte die alte Dame bewegen, endlich das Feld zu räumen So lag denn der Detektiv in einem der Betten in dem großen Krankensaal des Hospitals Mitternacht war bereits vorüber, da schlichen durch die Gänge der städtischen Anlagen, welche das Krankenhaus umgaben, vier gestalten Und blieben in der Nähe des hinteren Einganges stehen Du willst also wirklich hinein, Feuerauge? Glaubst du damit etwas zu erreichen? Der Versuch muss wenigstens gewagt werden, es ist die einzige Möglichkeit, die ihm noch bleibt Im Medaillon war der Papierstreifen nicht, der Schuft Sherlock Holmes hat ihn also herausgenommen Ich war nach dem Brande in der Wohnung, habe aber nur die Überzeugung gewinnen können Dass der Zettel, hätte er auf dem Schreibtisch gelegen, nicht mitverbrannt sein können Gerade die Ecke, in der der Schreibtisch stand, war vom Feuer verschont geblieben Länger suchen konnte ich leider nicht, ich musste schleunigst das Feld räumen Denn dieser verflixte Dr. Watson kam mit dem alten Weibe und dem gelbhäutigen Schufte, dem kleinen Chinesen Nur dem Umstande, dass die Alte einen furchtbaren Spektakel über den Befund der Wohnung machte Hatte ich es zu verdanken, nicht überrascht zu werden Du musst natürlich wissen, Feuerauge, was du tust Ich kann dir aber nur sagen, dass es nicht so leicht ist, in eine Pillenwinde sich einzuschleichen Namentlich, da sie jetzt doppelt auf dem Posten sein werden Nachdem wir ihnen die Kranke bei Nacht und Nebel davongetragen haben All das Gereden nützt nichts Habe ich wirklich einen Aufstoß, so verlasse ich mich ganz auf euch Ihr wisst ja, wie wichtig es ist, nicht länger zu zögern Glücklicherweise könnt ihr ohne mich nichts anfangen Alle Arbeit und Geldausgaben wären umsonst gewesen, ließet ihr mich im Stich Ach was, Feuerauge, kein Mensch denkt daran Gibt Befehl, wir dringen in die Bude ein und schlagen jeden nieder, der uns in den Weg tritt Wo schon so viel in dieser Angelegenheit getan ist, kommt es auf ein paar Bach-Ulten mehr auch nicht an Nichts da, es bleibt bei dem, wie ich es angeordnet habe Ich kenne das Zimmer und weiß auch den Weg dorthin ganz genau Ich denke, diesen Mr. Holmes besuchen zu können, ohne dass mir jemand hinderlich in den Weg tritt Da? Der Kerl lebt noch? Ist mir unbegreiflich Du musst die richtige Stelle verfehlt haben, Feuerauge Anders kann ich es mir nicht erklären Mache durch einen wohlgezielten Messerstoß deinen Fehler wieder gut Wenn dieser Schuft von Sherlock Holmes davonkäme und unsere Spur verfolgte Ich glaube, selbst wenn wir die Millionen schon hätten und uns sonst wo befinden Dieser Bursche würde sie uns abzujagen versuchen Mache ihn unschädlich vor euer Auge, selbst wenn du das Gewünschte nicht finden solltest Ein unwillkürlicher Griff der Hand nach dem in der Brusttasche steckenden Messer Ein tückisches Blitzen des scharfen Auges sagte den Gefährten zur Genüge Dass ihr Anführer gewiss nicht zögern würde Die sich ihm bietende Gelegenheit auszunutzen, den so glücklichen Gegner für immer stumm zu machen Sherlock Holmes war in einem im ersten Stock des Krankenhauses gelegenen Krankensaal untergebracht worden Nicht weit von dem Lager des Detektivs befand sich ein Schrank, der die Kleidungsstücke der Kranken enthielt Neben dem Bett stand ein kleines Schränkchen mit Gläsern und Medizinflaschen Die Ruhe des Grabes lag über dem Zimmer Der Schlaf schien sich aller hier liegenden Patienten erbarmt zu haben Und diese ihre Leiden und Schmerzen für eine kurze Zeit vergessen gemacht zu haben Die Krankenschwester, welche außer diesem Saal noch die anderen Räume der Etage zu bewachen hatte, war eben eingetreten Ein prüfender Blick über die sechs Schläfer, dann wurde die Türe wieder leise zugezogen Kaum eine Minute war vergangen Wieder wurde diese Tür fast unhörbar geöffnet Diesmal war es aber nicht der haubengeschmückte Kopf der Schwester Sondern der kahlgeschorene Schädel eines Mannes Nicht der liebevoll prüfende Blick des Erbarmens Sondern der eines zornig funkelnden Augenpaares, das ins Zimmer blickte Nur so weit hatte der Eindringling den Flügel aufgezogen, dass er durch den Spalt hindurch schlüpfen konnte Feuerauge betrat das Krankenzimmer, schloss die Tür wieder hinter sich und lauschte gespannt Zuerst machte sich der Verbrecher jetzt an dem Schrank zu schaffen Er entnahm ihm nach flüchtiger Musterung ein Bündel Kleider Dann schlich er auf Händen und Füßen, kriechend zum Bett des großen Detektivs In der rechten Faust das Messer, erhob er sich neben dem Lager des Besinnungslosen Ein strahl eiskaltes Wasser traf plötzlich den Mörder Gleichzeitig aber auch den Schläfer im Nebenbett Dieser erwachte, sah den ganz Verdutzten, ihm fremden Menschen mit dem Messer in der Faust dastehen Und fing plötzlich lauthals zu brüllen an, als sei nicht der Nachbar, sondern er selbst, der von der Waffe bedrohte Feuerauge, aus seiner Erstarrung erwachend, in welche ihn der so sonderbare Erfolg seines Stoßes versetzt hatte Sah ein, er würde keine Minute zu verlieren haben Wütend warf er dem brüllenden Kranken das Messer ins Gesicht Dieser tauchte unter die Bettdecke und als die Schwester in Begleitung eines Wächters herbeigeeilt kam Floh der Eindringling nach der entgegengesetzten Seite des Saales zur Tür hinaus Zuerst war die Pflegerin geneigt, die hervorgestoßene Erzählung des jetzt wieder unter seiner Decke auftauchenden Für eine Ausgeburt des Fiebers zu halten Als aber der Wärter das Messer vom Boden aufhob Und als man das Bett Sherlock Holmes völlig durchnässt fuhrfand Da musste man den Erzählungen des Kranken wohl Glauben schenken Das Telefon arbeitete und bald standen die Ärzte neben dem Bett von Sherlock Holmes Wenn der Eissack, den der Professor dem Kranken verordnete, diesem auch nicht viel in der gewünschten Weise half So hat er ihm doch ganz sicher das Leben gerettet, sprach der erste Assistenzarzt zu den Kollegen Und diese Herren konnten sich überzeugen, dass der Sprecher recht hatte Der Professor hatte, als er nicht mehr wusste, was er mit dem besinnungslosen Sherlock Holmes anfangen sollte Verordnet, den Patienten mit Eis zu packen, da er innere Verletzungen als Ursache der nicht zu besiegenden Bewusstlosigkeit des Kranken annahm Ein großer, mit Eis gefüllter Gummisack wurde dem wie Tod da liegenden auf die Brust gelegt Und nun der Erfolg abgewartet Dieser Eissack hatte den Stoß aufgefangen Die Spitze des Messers war auf ein Eisstück gestoßen Durch den entstandenen Spalt aber war das eiskalte Wasser im hohen Bogen dem Mörder ins Gesicht gesprungen Und hatte gleichzeitig auch den Nachbarn des Bedrohten aufgeweckt Dass es sich einzig und allein um eine Wiederholung des schon in der Baker Street versuchten Mordanschlages handelte Darüber waren sich die Anwesenden sofort einig Und auch der telefonisch herbeigerufene Inspektor Byrd kam nicht auf den Gedanken Das Eindringen in das Krankenzimmer könne aus anderen Motiven veranlasst worden sein Die sofort mit aller Energie eingeleitete Verfolgung blieb jedoch ohne Erfolg Vier Tage lag Sherlock Holmes genauso, wie man ihn eingeliefert hatte Dann kehrte das Bewusstsein langsam zurück Es dauerte noch weitere zwei Tage, bis der Meister seinem Gehilfen Watson Der sich mit Wang Tag für Tag die ständige Krankenwache bei dem geliebten Meister geteilt hatte Die ersten Befehle geben konnte Nach weiteren zwei Tagen war Sherlock Holmes so weit hergestellt Dass er das Bett verlassen und an die Übersiedlung nach seiner inzwischen wieder instand gesetzten Wohnung denken konnte Die dann auch, trotzdem der Professor dringend hiervon abriet, ins Werk gesetzt wurde Hierbei kam zum ersten Mal Licht in die Angelegenheit des so sonderbaren nächtlichen Besuches Als Sherlock Holmes seine Kleider anlegen wollte, waren diese aus dem Schrank verschwunden Und konnten, so eifrig auch danach gesucht wurde, nicht gefunden werden Der Detektiv alleine wusste, sich diesen Diebstahl zu deuten Hatte doch Dr. Watson von seiner Entdeckung in Soho Bericht erstattet Der Meister gab sich keinen Zweifel mehr hin Dass der mörderische Überfall im Krankenhaus mit dem Diebstahl seiner Kleider zusammenhing Durch Dr. Watson wurde schnell Ersatz für die gestohlene Garderobe herbeigeschafft Der Gehilfe konnte sich nicht versagen Holmes seine Verwunderung über das sonderbare Vorkommnis auszusprechen Diese Kerle müssen doch wirklich geglaubt haben Sie hätten ein Vermögen bei sich getragen, Mr. Holmes Anders kann ich mir diesen Diebstahl nicht erklären Und wer sagt Ihnen, Watson, dass ich nicht wirklich ein Vermögen bei mir hatte? Dieser Bursche wusste genau, warum er sich der Gefahr Bei seinem Besuche überrascht zu werden aussetzte Watson starrte Holmes sprachlos an Dieser sagte aber Wartet, bis wir zu Hause sind Dort sollst du alles erfahren Ich glaube, wir haben ein schweres Stück Arbeit vor uns Und müssen eilen Wollen wir neue Verbrechen verhüten Die Schurken haben jetzt zwei der besten Trümpfe in den Händen Und wissen sicher, wo sie den dritten und letzten noch benötigten Trumpf zu suchen haben Unsere Aufgabe ist es, den Ort ebenfalls aufzusuchen Und zwar schnell Nur wenn wir zur Stelle sind, sobald die Verbrecher versuchen Sich auch des dritten Medaillons zu bemächtigen Können wir hoffen, die Schurken festzunehmen Du hast dich genau überzeugt, dass im Kranich Nichts mehr von Feuerauge und seinen Komplizen zu sehen war? Ganz genau, Mr. Holmes Bunny, sowohl wie auch Wank und ich Haben von dem entdeckten Schlupfwinkel aus Weder die Spelunke Noch die in der Nebenstraße gelegene Weinkneipe Welche man von oben ebenfalls beobachten konnte Und in welcher Feuerauge Stets als feiner Gentleman gekleidet Hin und wieder verkehrte Aus den Augen gelassen Stets zu jeder Tages- und Nachtzeit Hat wenigstens einer von uns dreien Dort oben auf der Lauer gelegen Die Burschen sind sicher nicht mehr in London Ich habe es mir wohl gedacht Und es wird schwer werden, ihre Spur wiederzufinden Ich glaube, ich weiß, nach welcher deutschen Stadt Die Kerle abgereist sind Woher wollen sie das wissen? Dr. Watson gab Bescheid Und das Auge des Meisters flammte freudig auf Ich hoffe, John, Sie haben recht Zu wünschen wäre es Wir haben meines Erachtens nach Wirklich keine Zeit zu verlieren Aber Sie können und dürfen doch unmöglich Jetzt schon wieder reisen, Mr. Holmes Der Professor hat Ihnen strengste Schonung anbefohlen Sie könnten sich schön was wegholen Wenn es gilt, neue Verbrechen zu verhüten Und Verbrecher unschädlich zu machen Dann kann meine Person gar nicht weiter in Frage kommen Wann hätte ich in solchen Fällen je nach meiner Gesundheit gefragt? Wir reisen mit dem nächsten Zug nach München Vor einer Mietkaserne in einer der ärmeren Straßen Münchens hat sich zur frühen Morgenstunde die Bevölkerung des Viertels meist Arbeiter, die auf dem Wege nach der Fabrik oder der Werkstatt sich befanden, aufgestaut Die zuletzt Eingetroffenen fragten die Vorderleute Was denn hier los sei Und jedes Mal lautete die Antwort Man hat in einer Dachmansarde des Hinterhauses Einen alten Mann ermordet aufgefunden Die Polizei ist bereits drinnen Es soll ganz abscheulich in der kleinen Stube aussehen Diese Berichte übertrieben keinesfalls Seit Jahren bewohnte der Rentenempfänger Alois Riedenmoser Ein Greis von beinahe 90 Jahren Der aber trotz seines Alters noch recht beweglich Und nicht zu bereden gewesen war Sich in das städtische Siechenhaus aufnehmen zu lassen Das kleine Dachstübchen des vierstöckigen Hinterhauses Der Alte behauptete stets Das Ersteigen der vier Treppen Die er jeden Tag zweimal vornehmen musste Gehöre mit zu seinen Lebensbedingungen Und schlug die Parterre-Wohnung Die ihm der mitleidige Hauswirt angeboten Rundwegs ab Papa Riedenmoser war seit Jahren Der Verzug des ganzen Hauses Ja des ganzen Viertels Und namentlich die Kinder Die in diesen Häusern haufenweise zu finden waren Freuten sich, wenn sie den alten Mann zu sehen bekamen Stürmten auf ihn zu Und baten und quälten ihn so lange Um eine Geschichte Bis er sich auf irgendeiner Treppe niedersetzte Und den Quälgeistern ihren Willen tat Bonbons oder andere Süßigkeiten Hatte Riedenmoser nichts zu verschenken War der Greis doch völlig mittellos Und lebte tatsächlich nur von der recht karg zugemessenen Rente Aber Geschichten konnte er erzählen Hatte er doch über ein Menschenalter hindurch Aller Herren, Länder, aller Erdsteile besucht Als Weltenbummler, der sich hier im Arbeiterviertel Endlich zur Ruhe niedergelassen hatte Feinde besaß der alte Mann Der jeden freundlich grüßte Aber auch jeden ansprach Und in einen gemütlichen Klatsch verwickelte nicht Im Gegenteil Riedenmoser hätte von verschiedenen Seiten Gern und willig Unterstützung erhalten können Doch war ihr mehr als bedürfnislos Und nahm nichts an Die kleine Summe Welche er allmonatlich am ersten erhielt War genau eingeteilt Und reichte zur Bestreitung seiner Lebensbedürfnisse aus Der Alte kochte sich sein bisschen Essen selber Wie er selbst die wenigen Zutaten dazu zu kaufen Seine Wäsche zu waschen Und seine Kleidung zu flicken pflegte Sein Zimmerchen war zu jeder Zeit Auf das ordentlichste aufgeräumt Ohne dass eine fremde Hand dabei geholfen hätte Im Viertel ging vor Zeiten das Gerede Der alte Riedenmoser Tu er bloß so arm Er habe ganze Strümpfe Und auch den Strohsack voll Geld Aber als der Alte einmal erkrankte Und eine Nachbarin zur Hilfe herbeieilte Bis seine Krankenschwester Die Pflege des Kreises übernahm Verschwanden die Gerüchte Von seinem heimlichen Reichtum Die Nachbarin wie auch die Krankenschwester Letztere hatte die ganze Wohnung Gründlich gesäubert und nachgesehen Hatten sich davon überzeugt Dass Schätze hier nicht verborgen waren Riedenmoser war wirklich der arme Teufel Für den er sich stets ausgegeben Und diesen Kreis hatte man ermordet Kinder der Nachbarin Die allmorgendlich dem lieben Opa Zuerst guten Morgen wünschten Waren laut schreiend Aus der nie verschlossenen Wohnung zurückgekehrt Als die Mutter Auf das Geschrei ihrer Kinder herbeieilend Einen Blick in das Stübchen des Kreises getan Rief sie auch schon um Hilfe Es dauerte dann nicht lange Dass die Kunde von dem Verbrechen Auf die Straße Und zu Ohren des nächsten Schutzmannes gelangte Die auf ihren Rädern herbeieilenden Beamten Der Kriminalpolizei Fanden alles genau so vor Wie die beiden kleinen Kinder Es zuerst entdeckt hatten Niemand von den Hausbewohnern Hatte es gewagt Den in einer großen Blutlache Inmitten des Stübchens Auf dem Boden liegenden Kreis Der mit weit geöffneten Verglasten Augen Nach der Stubendecke Zu starren schien anzurühren Ja nicht einmal das Zimmer zu betreten Hatten die erschreckten Nachbarn gewagt Die Beamten Die doch gewiss schon Opfer Bestialischer Verbrechen Vor sich gesehen Schraken im ersten Augenblick Bei dem sich ihnen bietenden Anblick zurück Das Zimmerchen Und das am Boden liegende Opfer Sahen aus Als habe hier ein Wahnsinniger Oder eine entmenschte Bestie gehaust Der Körper des ermordeten Kreises War mit Wunden Von denen jede einzelne Den Tod sicher herbeigeführt hätte Bedeckt Und schwamm Wie schon gesagt In einer großen Blutlache Der Strohsack war aufgerissen Das Stroh lag am Boden Die dürftige Polsterung Eines wackeligen Sofas Und eines Lehnstuhles Waren zerfetzt Auch dort musste der Mörder Etwas gesucht haben Die wenigen Möbel des Zimmers Waren ihres Inhaltes beraubt Und dieser ringsumher Verstreut worden Kurz ein Wahnsinniger Schien hier sein Zerstörungswerk Vollbracht zu haben München erfreute sich Von jeher Eines sehr tüchtigen Chor Von geschulten Beamten Und auch der oberste Leiter Der Kriminalabteilung Besaß den Ruf Ein äußerst befähigter Herr Zu sein Hier aber standen Die Beamten vor einem Rätsel Nicht die Frage Wer ist der Mörder Kam hier in erster Linie In Betracht Sondern die Tatsache Was könnte der Verbrecher Bei diesem Kreise gesucht haben Um ein solch abscheuliches Verbrechen zu begehen Wurde erst dieses Dunkel gelichtet So war auch die Spur des Mörders Sicher zu finden Schon war der dritte Tag vorbei Und noch immer standen Die Beamten auf dem alten Fleck Nicht die leiseste Spur Wollte sich entdecken lassen Und auch die Fragen Wer war der Mörder Warum geschah die Tat Wie konnte die Tat Ausgeführt werden Ohne dass die Nachbarn Davon auch nur Das geringste hörten Konnten die Beamten Nur mit einem Achselzucken Beantworten Der Chef der Abteilung Ging in seinem Arbeitszimmer Auf und ab Drei Tage Und noch nicht Das geringste Ergebnis Es ist um sich Die Haare auszuraufen Murmelte der Herr Eben vor sich hin Als ein Klopfen Von der Tür her Vernehmbar wurde Auf das Barsche Herr Rhein des Beamten Trat ein Schutzmann In das Arbeitszimmer Überreichte seinem Vorgesetzten Eine Karte Und blieb dann An der Tür stehen Was? Sherlock Holmes aus London? Sollte das dieser sein Führen Sie den Herrn Herein Matzke Gleich darauf stand Sherlock Holmes Der wirklich der Besucher war Vor dem Chef Und dieser sagte ihm Zu vorkommendsten Tone Ich hatte zwar noch nicht Die Ehre Sie persönlich Kennenzulernen Aber nach den Bildern Welche ich verschiedentlich Gesehen habe Erkenne ich Sie sofort Mr. Holmes Seien Sie mir willkommen Und nehmen Sie Platz Der Chef wies höflich Auf einen der Stühle Wie lange weilen Sie schon In unserer Stadt Nahm der Abteilungschef Sofort das Gespräch auf Nachdem sich der berühmte Weltdetektiv Gesetzt hatte Ich bin heute früh eingetroffen Habe mich im Hotel Umgekleidet Habe gefrühstückt Und nun ist mein Erster Gang hierher Leider komme ich wohl Nicht zu günstiger Stunde Da der Fall Riedenmoser Sie allem Anschein Nach sehr beschäftigt Seit heute früh Erst sind Sie in München Und haben dennoch Bereits Kenntnis Von dem Fall Riedenmoser Wissen Dass mich dieses Verbrechen Ganz besonders In Anspruch nimmt Lächelnd zeigte Sherlock Holmes Nach dem Schreibtisch Des Direktors Dort lag ein Recht umfangreiches Aktenbündel Aufgeschlagen Verschiedene Rot- und Blaustiftstriche An den Rändern Der beiden offen Darliegenden Seiten Fielen in die Augen Sofort wusste auch Der Direktor Was Sherlock Holmes Meinte Und ebenfalls Lächelnd sagte er Sie haben ein Recht scharfes Auge Und eine noch Schärfere Schnelle Kombinationsgabe Herr Holmes Sie verstehen in der Tat Ihre Augen zu gebrauchen Und das Erschaute Sofort zu verwirten Ich wollte Unsere Beamten Verständen das auch Wir hätten es In diesem Verteufelten Fall Gewiss Gebrauchen können So aber Tappen wir Im Dunkeln Umher Können weder Den Mörder Fassen Noch Aufklärung Darüber bringen Aus welchen Motiven Der Mord Geschehen Jeder im Viertel Wusste Bei diesem Alten Globetrotter Der Zeit Seines Lebens Umhergestreucht Ist Sei absolut Nichts zu finden Ein fremder Verbrecher Jedoch geht Nicht ausgerechnet In das Arbeiterviertel Steigt nicht In einem Hinterhaus Die Treppe Hoch Nur um Einen alten Mann Abzuschlachten Wenn er Nicht einen Schwerwiegenden Grund hierzu Hat Ich bin Beinahe Gefunden Und seine Rache An ihm Geübt Hat Sherlock Holmes War während Dieser Rede Des Direktors Von seinem Stuhl Aufgestanden Hat es sich Wie unabsichtlich Dem Tisch Des Direktors Genähert Plötzlich Weiterten Sich die Augen Des Meisters Sein Blick Blieb Wie gebannt Auf einem Gegenstand Haften Der auf Einem Aufsatz Des großen Schreibtisches Lag Sie betrachten Das merkwürdige Medaillon Herr Holmes Ein Totenschädel En Miniatur Ist Diese Worte Drangen in Solch Bestimmten Ton Aus dem Munde Des Detektivs Dass der Chef Unwillkürlich Aufblickte Bevor der Direktor Jedoch Eine Frage Stellen Konnte Sagte Sherlock Holmes Um dieses Medaillon Respektive Um der Drei Gleichen Anhänger Willen Sind Bereits Ströme Von Blut Vergossen Ist eine Furchtbare Reihe Schwerster Verbrechen Verübt worden Auch Der alte Redenmoser Ist ihr Opfer Hoffentlich Aber das Letzte Diese Worte Klangen Fest Und Zuversichtlich Der Direktor Fragte Ganz Verwundert Sie Glauben Herr Holmes Dieses Medaillon Könnte Nur Dieses Medaillon Wegen Ist der Alte Mann Umgebracht Genau Wie Vor Monaten In London Eine Ganze Anzahl Von Cap Men Nieder Gemacht worden Sind Nur Weil Die Verbrecher Bei Ihnen Einen Gleichen Gegenstand Zu Finden Hofften Sherlock Holmes Erzählte Nun Dem Erstaunt Aufhorchenden Direktor Alles Was ihm Bekannt Geworden War Die Verbrecher Sind So Sicher Noch In Der Stadt Wie Wir Beide Hier Zusammensitzen Und Wenn Sie Herr Direktor Meinen Doch Dieses Medaillon Soll Der Köder Werden Ich Bin Überzeugt Die Burschen Beißen Auf Ihn An Und Gehen In Die Falle Hinein Ich Habe Zu Ihrem Scharfsinn Das Größte Vertrauen Herr Holmes Und Füge Mich Gerne Ihren Anordnungen Wollen Sie Mir Bitte Sagen Wie Sie Sich Die Aufstellung Der Falle Vorstellen Die Sache Ist Außerordentlich Einfach Entgegnete Der Berühmte Weltdetektiv In der Nächsten Nummer Sämtlicher Münchner Zeitungen Erscheint Folgende Notiz Der So Geheimnisvolle Fall Riedenmoser Hat Eine Neue Überraschung Gebracht Unter Dem Rechten Arm Wurde In Der Achselhöhle Mit Heftpflaster Befestigt Bei Dem Ermorderten Ein Amulett In Form Eines Kleinen Totenschädels Aus Silber Gefunden Bei Der Mittwoch Stattfindenden Versteigerung Der Wenigen Habseligkeiten Des Verstorbenen Dürfte Dieses Amulett Wohl Als Wertvollster Gegenstand Den Höchsten Erlös bringen Als Sherlock Holmes Diesen Bericht Aufsetzte Hatte Der Direktor Mit Dem Kopf Geschüttelt Glauben Sie Nicht Herr Holmes Dass Diese Falle Doch Ein Wenig Sehr Durchsichtig Sein Dürfte Der Oder Die Verbrecher Brauchen Sich Nur Zu Erkundigen Um Zu Erfahren Dass Derartige Versteigerungen Bei Aber Gerade Hierauf Baut Sich Mein Plan Auf Die Schurken Sind Keine Deutschen Sondern Leider Muss Ich Es Eingestehen Engländer Meine Landsleute Aber Kümmern Sich Nicht Um Die Gebräuche Anderer Länder Gerade Die Plumpheit Der Falle Ist Diesen Raffinierten Burschen Gegenüber Angebracht Viel List Würde Diese Schurken Nur Stutzig Machen Auf Plattheiten Sind Sie Aber Nicht Eingerichtet Ich Füge Mich Natürlich Gerne Ihrer Besseren Einsicht Hatte Der Direktor Erwidert Und Lachend Beigefügt Hoffentlich Ist Die Bei Ihren Landsleuten Sprichwörtlich Gewordene Dummheit Der Deutschen Diesmal Von Nutzen Sherlock Holmes Sollte Recht Behalten Feuerauge Und Seine Genossen Hatten In Der Tat München Noch Nicht Verlassen Auch Der Zeitungsbericht Tat Seine Schuldigkeit Die Verbrecher Erfuhren Dadurch Dass Das Von Feuerauge In Der Wohnung Des Kreises Vergeblich Gesuchte Medaillon Dennoch Gefunden worden Sei Das Dritte Medaillon So Berichtete Damals Feuerauge Seinen Genossen Wäre Leicht Zu Erlangen Durch Jahrelange Mühsame Nachforschungen Erhielt Der Verbrecher Endlich Die Gewissheit Dass Der Mexikanische Polizist Der Dazumal In San José De Guayamas Das Zweite Medaillon Von Der Brust Des Ermordeten Deutscher Gewesen Sei Der Sich In Der Weltfernen Stadt Einstens Anwerben Lies Die Spur Dieses Weltenbummlers Wurde Von Ihm Aufgenommen Und Feuerauge War Sofort Nach Verübung Des Diebstahls Im Krankenhause Mit Seinen Genossen Nach München Abgereist Nachdem Die Aus dem Krankenhaus Entführte Komplizen In Sicherheit Gebracht worden War In Der Bayerischen Hauptstadt Angelangt Fand Der Verbrecher Sein Erlangung Des Medaillons Würde Keine Schwierigkeiten Machen Es Galt Nur Einen Kreis Zu Beseitigen Um Endlich Das Letzte So Notwendige Stück Zu Erlangen In Einer Verkleidung Als Geistlicher Die Hausmission Betreibt Hatte Feuerauge Die Gelegenheit Und Alle Wissenswerten Umstände Genau Aus Baldowert Die Ausführung Der Tat Selbst Machte Diesen Meister Des Verbrechens Weiter Keinerlei Schwierigkeiten Von Allen Schlössern Die In Frage Kamen Hatte Der Geistliche Ungesehen Wachsabdrücke Genommen Und Feuerauge Gelangte Dank Der Nach Diesen Abdrücken Angefertigten Schlüssel Nicht Nur Zur Nacht Zeit In Das Verschlossene Haus Sondern Auch In Das Zimmer Des Kreises Zu Diesem Hatte Es Nicht Einmal Des Nacht Schlüssels Bedurft Da Der Alte Rieden Moser Bei Offener Tür Zu Schlafen Tür Aufdrückens Erweckte Den Schläfer Und Schon Hatte sich Der Mund Des Kreises Zu Einem Hilfeschrei Geöffnet Da Ein Sprung Des Nächtlichen Besuchers Nach Dem Durftigen Lager Der Stoß Einer Messer Bewährten Faust Und Röchelnd Sank Der Kreis Auf Sein Kissen Zurück Kaltblütig Beugte Sich Der Schurke Dann Über Sein Opfer Um Nach Der Beute Zu Suchen Vergebliches Bemühen Wohl Trug Der Kreis Auf Seiner Brust Einen Alten Lederbeutel In diesem Fand Der Mörder Auch Das Lederstückchen Mit Der Zeichnung Aber Das Medaillon Befand Sich Nicht Darin Zuerst Besonnen Dann Immer Hastiger Begann Feuerauge Im Zimmer Und In Den Wenigen Möbeln Des Kreises Nach Dem Totenkopf Zu Suchen Als Stunde Auf Stunde Bei Diesem Vergeblichen Bemühen Verstrich Bemächtigte Sich Des Schurkens Eine Namenlose Wut Er Warf Den Leichnam Des Von Ihm Ermordeten Einfach Zur Erde Riß Den Strohsack Auf Und Als Er Endlich Einsehen Musste Die Beute War Hier Nicht Zu Finden Stach Der Wüterich Blind Wütend Auf Den Am Boden Liegenden Toten Ein Als Wolle Er Sich Dadurch Für Den Betrug Den Der Alte Mann An Ihm Begangen Hatte Rechen Erst Als Der Grauende Morgen Dringend Zum Rückzug Marte Verließ Der Wieder Zur Besinnung Gekommene Verbrecher Mit Aller Gebotenen Vorsicht Die Mordstätte Und Entkam Ungesehen Als Der Verbrecher Seinen Komplizen Gestehen Musste Der Anschlag Sei Nur Halb Gelungen Dringten Diese Zur Eiligen Flucht Feuerauge Aber Widersetzte Sich Diesen Begehren Mit Der Behauptung Eine Schleunige Flucht Sei Jetzt Das Verhängnis Vollste Was Sie Begehen Könnten Da Natur Gemäß Die Bahnhöfe Sofort Nach Dem Bekannt Werden Des Verbrechens Scharf Bewacht Würden Dieser Den Komplizen Angegebene Grund War Aber In Wirklichkeit Nicht Die Alleinige Ursache Der Verzögerten Abreise Feuerauge Hatte Vielmehr Das Gefühl Dass Sich Noch Irgende Ein Anhalt Verbrechern Aufgesuchte Versteck War Sicher Genug Daher Gehorchten Die Komplizen Dem Willen Ihres Führers Was Sherlock Holmes Gehofft Die Verbrecher Falls Sie Wirklich Noch In der Stadt Weiten Würden Den Bericht In Der Zeitung Lesen Ging In Erfüllung Der Eine Der Vier Hatte Für Einkäufe Gesorgt Und In einer Wirtschaft Den Zeitungs Artikel Gelesen Feuerauge Du Hast Wieder Einmal Zum Größten Erstaunen Des Komplizen Stimmte Feuerauge Nicht In Den Jubel Mit Ein Was Hast Du Denn Feuerauge Kannst Du Dir Noch Etwas Besseres Wünschen Das Verfluchte Medaillon Ist Endlich Gefunden Und Diese Schafsköpfe Haben Natürlich Keine Ahnung Davon Welchen Wert Es Besitzt Sie Bringen Das Ding Einfach Zur Versteigerung Um Ja Die Paar Kröten Welche Die Beerdigung Des Alten Verursacht Nach Möglichkeit Wieder Herein Zubekommen Man Kann Sagen Was Man Will Fiel Ein Anderer Ein Unsere Herren Von Scotland Yard Sind Doch Ganz Andere Kerle Wie Diese Deutschen Unsere Beamten Hätten Den Fund Und Noch Dazu Da Er Unter Solch Seltsamen Umständen Gemacht Wurde Anders Bewertet Wer Sagt Euch Denn Dass Diese Notiz Nicht Eine Falle Darstellt Bestimmt Uns Zu Fangen Fragte Feuerauge Die Drei Verbrecher Blickten Ihren Führer Verwundert An Wie Kommst Du Auf Diese Idee Woher Sollten Denn Die Beamten Wissen Dass Das Medaillon Irgendwelche Bedeutung Hat Du Liest Doch Sie Haben Es Für Ein Amulett Gehalten Willst Du Nicht Zur Versteigerung Gehen Oder Einen Von Uns Mit Dem Erwerb Betrauen So Schwirrten Die Fragen Nur Mir Das Medaillon Herbeizuschaffen Ihr Richtet Alles Zur Sofortigen Abreise Her Ich Kann Euch Die Stunde Jetzt Noch Nicht Sagen Aber Wenn Ich Komme Und Sage Los Dann Müssen Wir Auch Sofort Verschwinden Können Verstanden Feuerauge Gab Auf Weitere Fragen Keine Antwort Er Schlüpfte Vielmehr Abermals In Die Kleidung Des Geistlichen Die Schon Einmal So Vorzügliche Dienste Geleistet Hatte Und Verließ Das Versteck Sherlock Holmes Saß In Seinem Hotel Und Sprach Mit Watson Über Verschiedene Dinge Als Er Plötzlich Durch Den Piccolo An Das Telefon Gerufen Wurde Hallo Hier Sherlock Holmes Hier Polizeipräsidium Sind Sie Selbst Am Apparat Herr Holmes Gewiss Herr Direktor 27 13 9 Der Berühmte Detektiv Benutzte Auch In Der Fremde Die Von Ihm In London Eingeführte Vorsicht Er Gab Jeder Behörde Mit Der Er Zu Arbeiten Hatte Tag Für Tag Geheime Stichworte In Form Von Zeinkombinationen Um Einen Missbrauch Mit Seinem Namen Wie Solcher Von Raffinierten Verbrechern Schon Häufig Genug Getrieben worden War Für Die Zukunft Unmöglich Zu Machen Denken Sie Herr Holmes Vergangene Nacht Ist Hier In meinem Arbeitszimmer Ein Sonderbarer Diebstahl Verübt worden Ich Habe Zwar Bereits Den Dieb Aber Noch Nicht Das Gestohlene Gut Wer Ist Es Denn Herr Direktor Einer meiner Beamten Der So Kurz Vor Seiner Entlassung Stand So So Dürfte Ich Ihnen Vielleicht Einen Guten Rat Erteilen Aber Bitte So Lassen Sie Den Beamten So Los Er Hat Das Totenkopf Medaillon Und Was Sonst Noch Fehlen Mag Keinesfalls Gestohlen Ein Weilchen Folgte Keine Antwort Der Herr Direktor Mochte Wohl Sprachlos gewesen Sein Endlich Erscholl Durch Den Apparat Die Höchst Verwundert Klingende Frage Woher In Drei Teufels Namen Wissen Sie Denn Nun Schon Wieder Dass Das Medaillon Gestohlen worden Ist Und Wie Wollen Sie Behaupten Der Beamte Sein Nicht Der Dieb Ich werde Mir Erlauben Herr Direktor Ihnen Burschen Den Ich Ihnen Herr Direktor Genau Beschrieben Habe Fanden Zulassen Ich Glaube Zwar Nicht Dass Es Noch Zweck Haben Wird Aber Sicher Ist Sicher Den Beamten Können Sie Aber Wirklich Sofort Freilassen Dem Mann Geschieht Bitter Unrecht Nachdem Der Welt Detektiv Das Hörrohr Wieder Angehängt Hatte Wann Er Sich An Seinen Famulus Dr. Wurzen Sherlock Holmes Ließ Auch Wank Der Meister Detektiv Befand Hereinrufen Und Gab Seinen Beiden Gehilfen Kurze Wichtige Befehle Worauf Sich Die Beiden Jungen Leute Schnell Entfernten Der Meister Nahm Als Dann Eine Taxe Und Fuhr Nach Dem Präsidium Ich Muss Zu Meiner Schande Eingestehen Herr Direktor Dass Ich Mich Von Diesem Schurken Abermals Habe Überlisten Lassen An Die Möglichkeit Des Geschehens Habe Ich Nicht Teilpräsidium Einzubrechen Sie Glauben Also Wirklich Der Schutzmann So Stark Auch Die Auf ihn Lastende Verdacht Sein Mag Ist Völlig Unschuldig Herr Direktor Der Mann Weiß Von Der Ganzen Sache Nichts Diese Wiederholte Behauptung Wurde Mit Solcher Bestimmtheit Ausgesprochen Dass Der Chef Nicht Länger Zu Zweifeln Wagte Was Soll Nun Geschehen Herr Holmes Wenn Nicht Ein Glücklicher Zufall An Den Ich Aber Nicht Glaube Und Die Burschen Dennoch In Die Hände Spielt Heißt Es Für Mich Und Meine Beiden Gehilfen Die Reise Nach Mexiko Anzutreten Und Die Schurken Bei Der Aushebung Des Gold Nestes Abzufassen Glauben Sie Nicht Herr Holmes Dass Es Gelingen Könnte Die Kerle Unterwegs Abzufangen Sherlock Holmes Gab Nicht Sofort Antwort Erst Nach Geraumer Zeit Erwiderte Er Selbst Ich Aber Lasse Es Auf Ein Solches Risiko Nicht Mehr Ankommen Ich Reise Mit Den Meinen Sofort Nach San Jose De Guiamas So Viel Habe Ich Aus Dem In Händen Gehabten Papierstreifen Der In Dem Medaillon Verborgen War Heraus Bekommen Die Stadt Ist Der Eigentliche Ausgangspunkt Von Hier Aus Müssen Die Schurken Ihren Zug In Das Innere Von Sonora Beginnen Hoffentlich Komme Für mich Ebenfalls Eine Expedition Auszurüsten Und Den Letzten Kampf An Oder Auch In Der Goldhöhle Auszufechten Herr Direktor Nun Hoffentlich Haben Sie Diese Strapaze Nicht Nötig Wir Werden Die Verbrecher Schon Noch Fassen Sechstes Kapitel Geh Rest Die Hoffnung Des Herrn Kriminaldirektors Erwies Sich Als Eine Trögerische Trotz Größter Mühen Der Beamten Gelang Es Nicht Den Unmittelbar Nach Dem Verübten Diebstahl Verschwundenen Verbrechern Auf Die Spur Zu Kommen Auch Die Sofort Erlassenen Steckbriefe Hatten Nicht Den Geringsten Erfolg Obgleich Der Führer Der Verbrecher In Diesen Genau Beschrieben War Sherlock Holmes Aber Machte Seine Einmal Gefasste Absicht Wahr Er Kümmerte Sich Um Die Versuche Der Deutschen Polizei Die Verbrecher Aufzuspüren Gar Nicht Sondern Reiste Mit Watson Und Wank Nach Triest Dort Bestieg Er Mit Ihnen Einen Nach Mittelamerika Bestimmten Dampfer Um Nach Dem Von Ihm Ins Auge Gefassten Ziel Abzudampfen Wohl Kein Hafen Der ganzen Welt Birgt So Viel Verbrecherisches Gesindel Wie Gerade San José De Guayamas Das Ist Nicht Weiter Zu Verwundern Denn Kein Land Ist So Korrumpiert Wie Gerade Mexiko Mit Seinen So Schnell Und Häufig Wechselnden Regierungen Durch Irgendeinen Putsch Der Stets Mord Und Andere Verbrechen Im Gefolge Hat Kommen Neue Gewalthaber Ganz Plötzlich Ans Ruder Die Nichts Eiligeres Zu Tun Haben Als Möglichst Schnell Die Erlangte Herrschaft Auszunützen Sich Und Ihre Anhänger Zu Bereichern Sie Wissen Recht Wohl Dass Ihre Herrlichkeit Doch Nicht Lange Dauert Ist Von Den Unteren Behörden Auch Nichts Anderes Zu Erwarten Durch Geld Ist Bei Den Meist Schlecht Und Noch Dazu Unpünktlich Besoldeten Beamten Alles Zu Erreichen Namentlich Die Hafenstadt San Jose Stand Von Jeher In Dem Ruf Das Verruchteste Verbrechernest Der Welt Zu Sein Einfach Weil Seine Beamtenschaft Es Den Gewalthabern Des Landes Gleich Zumachen Trachteten Und Für Geld Nicht Nur Bei Verbrechen Beide Augen Zudrückten Sondern Sich Wohl Auch Selbst An Solchen Beteiligten Wenn Etwas Erklärliches Dabei Herausschaute Wie Die Leitung Der Stadt So War Auch Die Einwohnerschaft Verbrechen Gehörten Zur Tagesordnung Und Blieben In Den Meisten Fällen Ungesöhnt Weil Irgendein Beamter Selbst Seine Hand Mit Im Spiele Hatte Besonders War Das Hafenviertel Der Stadt Berüchtigt Aus Den Sich Hier Befindlichen Spelunken Schlimmster Sorte War So Mancher Matrose Steuermann Ja Auch So Mancher Käpt'n Auf Nimmerwiedersehen Verschwunden Diese Spelunken Waren Die Warnfundgruben Der Presser Jener Scheusale Die Den Ahnungslos Eintretenden Gast Durch Freundliches Entgegenkommen Und Großmütiges Spenden Geistiger Getränke Denen Dann Später Der Verhängnisvolle Schlaftrunk Beigemischt Wurde An sich Zu Fesseln Wussten Um Ihn Zu Verderben Wehe Dem Braven Seemann Die Vielleicht Schon Angeheitert Die Vorsicht Außer Acht Ließ Oder Auf Seine Schlauheit Und Körperkraft Vertraute Diese Spelunken Betrat Und Diesen Seelen Verkäufern In Die Fänge Geriet Der Genossene Kurze Rausch Musste Teuer Bezahlt Werden Der Zecher Der Zu Seiner Größten Freude So Lustige Und Sich Bereits Auf Hoher See Befindlichen Schiffe Dessen Kapitän Gezwungen War Sich Auf Solche Verbrecherische Art In Den Besitz Der Nötigen Mannschaft Zu Bringen Weil Er Sich Freiwillig Meldende Matrosen Nicht Mehr Bekommen Konnte Er Selbst War Dann Entweder Als Ein Menschenschinder Bekannt Oder Sein Schiff Wurde Als Schwimmender Sarg Bezeichnet War Das Erwachen Erfolgt So Hieß Vogel Friss Oder Stirb Entweder Der Auf Diese Weise An Bord Gebrachte Matrose Fügte Sich Freiwillig In Sein Los Oder Er Wurde Durch Furchtbare Prügel Dazu Gezwungen Entgehen Konnte Er Seinem Schicksal Nicht Er Musste Denn Durch Einen Sprung Über Bord Den Tod In den Wellen Suchen Oder Seinen Peinigern Zu Entfliehen Verstehen Als Die Schlimmste Spelunke Galt Die Taverne Zum Nordstern Nicht Etwa Dass Diese Wirtschaft Die Unansehnlichste Und Schmutzigste Der Hier Dicht Aneinander Liegenden Spelunken Gewesen Wäre Das Haus Sowohl Wie Auch Die Schankräume Sahen Vielmehr Bedeutend Anständiger Und Vertrauenserweckender Aus Als Die In Der Nachbarschaft Aber Gerade Hierdurch Wurde Die Wirtschaft Gefährlich Ein Seemann Hatte Stets Wenn Er An Land Kam Das Bestreben Und Das Bedürfnis Geld Auszugeben Da Sah Denn Dieses Anständige Haus Mit Seinem Schilde Und Den Sauberen Fenstern Vor Denen Am Tage Sogar Gardinen Zu Sehen Waren So Recht Einladend Aus Hier Konnte Einem Doch Weniger Passieren Wie In Den Anderen Spelunken Denen Man Schon Von Außen An Sah Wissen Man Sich Im Inneren Zu Gewirtigen Habe Es War In Der Zehnten Abendstunde In Einem Zimmer Des Vornehmsten Hotels Der Inneren Stadt Stand Watson Sichtlich Abgehetzt Vor Seinem Freund Sherlock Holmes Sie Glauben Also Sich Nicht Geirrt Zu Haben Watson Ich Kann Es Mir Nicht Vorstellen Dass Die Burschen Sich Wirklich Noch Hier Aufhalten Sie Müssen Sich Doch Sagen Wie Kostbar Jede Stunde Für Sie Ist Ich Bin Fest Überzeugt Mr. Holmes Es War Feuerauge Die Beschreibung Passt Zu Genau Und In Der Taverne Haben Sie In Verschwinden Sehen Gewiss Sie Hieß Zum Nordstern Und Sieht Sie Anständig Aus Ich Habe Wank Dort Gelassen Er Liegt Auf Der Lauer Entgehen Kann Uns Der Bursche Nicht So Leicht Kaum Eine Viertelstunde Später Verließen Zwei Matrosen Das Vornehme Hotel Und Begaben Sich Nach dem Hafen Viertel Der Kleinere Der Beiden Trug Unter Seinem Arm Ein Paket Dort Wo Die Hell Erleuchtete Laterne Brennt Ist Es Sagte Der Kleinere Der Matrosen Dort Drüben In dem Tor Wege Sehe Ich Auch Wank Kauern Feuerauge Befindet Sich Also Bestimmt Noch In Der Taverne So Gib Unserem Chinesen Das Zeichen Watson Und Dann Lass Uns Versuchen Den Fang Zu Machen Verzeihung Mr. Holmes Aber Wäre Es Nicht Doch Besser Wir Nehmen Die Hilfe Der Behörden In Anspruch Ich Habe Von Diesem Viertel Nichts Gutes Gehört Die Kerle Sollen Zusammen Halten Wie Pech Und Schwefel Wir Könnten Böse Anlaufen Wir Müssen Versuchen Den Fang Auf Eigene Faust Zu Unternehmen Durch Eine Benachrichtigung Der Behörden Würden Wir Uns Nur Der Gefahr Aussetzen Dass Die Verbrecher Gewarnt Würden Aber Selbst Angenommen Mr. Holmes Wir Bekommen Den Schuft Dort Fest Was Sollen Wir Mit Him Anfangen Sorgen Sie Sich Nicht Darum Watson Zum Transport Ist Alles Bereit Der Käpt'n Der Uns Hier Her Gebracht Hat Ist In Das Geheimnis Eingeweiht Und Hat Mir Sein Schiff Zur Verfügung Gestellt Haben Wir Den Hauptschurken Diesen Feuerauge Erst Einmal Fest Entwischen Ist Gesorgt Watson Wagte Nach Diesen Worten Des Detektives Keinerlei Einwendungen Mehr Zu Machen Er Gab Vielmehr Das Verabredete Zeichen Wang Schlüpfte Herbei Und Berichtete Ist Sich Mann Immer Noch Drin Sind Sich Gekommen Viele Mann Ist Sich Taverne Voll Ganz Voll Mit Mann Watson Gab An Wang Das Paket Ab Und Sag Zu Ihm Schnell Wang Kleide Dich Um Wenige Minuten Später Hatte Sich Zu Den Beiden Matrosen Ein Kleiner Chinese Gesellt An Der Ebenfalls Hellbrennenden Laterne Konnte Man Erkennen Dass Sherlock Holmes Wie Auch Watson Eine Geradezu Glänzende Maske Gemacht Hatten Selbst Dem Besten Bekannten Der Beiden Wäre Es Gewiss Nicht Gelungen Sie Unter Dieser Maske Zu Erkennen Diese Gewissheit Aber Gab Sowohl Dem Detektiv Wie Auch Seinem Freund Ein Ruhiges Selbstvertrauen Bei Diesem So Unendlich Schweren Wagen Ist Aus Dem Kreise Gleichgesinn Der Zechgenossen Denen Allen Das Messer Oder Der Revolver Locker Genug Saß Und Denen Ein Menschenleben Nicht Viel Mehr Als Eine Ausgeblasene Eierschale Galt Sofern Es Sich Nicht Um Das Eigene Werte Leben Handelte Einen Verbrecher Herauszuholen Und In Sicherheit Zu Bringen An Eine Solche Tat Kann Sich Nur Ein Sherlock Holmes Heran Wagen Den Einzigen Rückenhalt Welchen Sich Der Meister Verschafft Hatte War Der Käpt'n Des Dampfers Mit Welchem Sherlock Holmes In San José De Goyamas Eingetroffen War Diesen Mann Den Er Seit Vielen Jahren Kannte Und Der Ihm Wegen Eines Geleisteten Dienstes Von Hoher Bedeutung Zu Dank Verpflichtet War Hatte Sich Der Meister Anvertraut Der Käpt'n Wusste Nicht Nur Was Sherlock Holmes In Diesem Satans Nest Wollte Er Hatte Dem Detektiv Auch Selbst Verschiedene Sehr Wichtige Winkel Gegeben Und Versprochen Sobald Er Abkömmlich Sei Sich Selbst An Land Blicken Zu Lassen In Der Schenkstube Des Nordstern Ging Es Hoch Her Irgendwer Musste Wohl Tüchtig Was Zum Besten Gegeben Haben Den Eben Ausgebracht Und Mit Den Gefüllten Gläsern Angestoßen Trotz Des Tabakdunstes Der In Dem Sehr Niedrigen Aber Großen Schankraum Herrschte Hatte Sherlock Holmes Doch Schnell Genug Einen Überblick Über Den Raum Und Die Sich Darin Befindliche Gesellschaft Gewonnen Ein Blick Des Triumphes Huschte Für Einen Kurzen Augenblick Über Das Gesicht Des Meister Detektives Dort Drüben Saß In Mitten Einer Zahlreichen Eifrig Zechenden Gesellschaft Der Bursche Der In Sherlock Holmes In Der eigenen Wohnung Von Hinten Nieder Geschlagen Den Diebstahl Im Krankenhause Den Mord In München Und Endlich Den Einbruch In Das Münchner Polizeipräsidium Ausgeführt Hatte Der Eigentliche Urheber Der An Londoner Capman Begangenen Morde Mit Einem Worte Dort Saß Feuerauge Seiner Maske Getreu Nahm Sherlock Holmes Mit Seinen Beiden Begleitern An Einem In Der Nähe Des Einganges Stehenden Leeren Tische Platz Und Forderte Mit Lauter Lärmender Stimme Für Sich Und Seine Begleiter Wein Den Verbrechern Nicht Aus Den Augen Lassend Und Mit Watson Einen Plan Beratend Wie An Diesen Burschen Heranzukommen Sei Entging Sherlock Holmes Eine Andere Gruppe Welche Den Zuletzt Gekommenen Drei Gästen Ihre Gesicht Sprach Auf Den Besitzer Der Taverne Einen Warn Hühnen Von Gestalt Dringend Ein Und Auch Dieser Lies Ab Und Zu Einen Lauernden Blick Nach Den Drei Matrosen In Der Nähe Der Türe Hinüberschießen Du Magst Sagen Was Du Willst Fulton Der Alte Ist Sicher Ein Steuermann Wenn Er Auch In Der Kleidung Eines Gewöhnlichen Matrosen Steckt Ich Habe Für Sowas Einen Verdammt Feinen Blick Sieh Dir Doch Nur Einmal Das Intelligente Gesicht Und Das Ganze Benehmen Dieses Burschen An Und Du Wirst Mir Recht Geben Müssen Don Bonifacio Wartet Mit Schmerzen Auf Einen Solchen Kerl Er Wird Zu Der Gebotenen Summe Schon Noch Etwas Drauf Legen Wenn Wir Ihm Daumenschrauben Ansetzen Etwas Besseres Werden Wir Aber Sobald Wohl Nicht Bekommen Wahrscheinlich Will Der Steuermann Ein Bisschen Den Wilden Mann Spielen Und Hat Sich Dazu In Die Kleidung Eines Seiner Untergebenen Gesteckt Ich Kenne Das Du Magst Recht Haben Rotkopf Aber Was Wollen Wir Mit Den Beiden Anderen Anfangen Die Burschen Gehören Anscheinend Zu Ihm Und Für Solche Ware Haben Wir Gegenwärtig Keinen Absatz Die Schufte Unten Im Keller Fressen Mir Sowieso Schon Die Haare Vom Kopfe Es War Eine Dummheit Vorrat Aufzuspeichern Wenn Keine Nachfrage Vorliegt Sei Nicht So Geizig Foltern Und Mache Mir Vor Am Keine Wippchen Vor Du Kannst Dir Das Bei Mir Sparen Ich Kenne Dich Doch Als Ob Du Den Zehn Burschen Die Du Unten Auf Lager Hast Mehr Zu Essen Gäbest Als Unbedingt Nötig Ist Um Sie Nicht Eingehen Zu Lassen Na Soll Ich Die Kerle Etwa Noch Mit Braten Füttern Lass Das Streiten Beiseite Wir Haben Heute Keine Zeit Dazu Sage Mir Rund Heraus Ob Du Die Sache Machen Willst Wieder Flog Ein Blick Nach Den Dreizechern Und Endlich Sagte Der Wirt Zu Dem Rot Kopfe Leise Aber Entschlossenen Tons Nun Denn Nein Ich Mache Die Sache Nicht Sie Ist Mir Zu Gefährlich Seit Vierzehn Tagen Sind Die Zehn Burschen Unten Der Teufel Braucht Mir Bloß Den Inspektor Mit Dem Ich Mich Gezankt Habe Hierher Zu Karren Dann Ist Die Musik Fertig Und Ich Kann Blechen Wenn Ich Nicht Bluten Will Ich Danke Für Solche Geschäfte Bevor Nicht Das Lager Geräumt Ist Lasse Ich Mich Auf Nichts Neues Mir Ein Tückischer Blick Streifte Das Gesicht Des Wirtes Die Rotkopf Mochte Jedoch Ursache Haben Es Sich Mit Fulton Nicht Zu Verderben So Trat Er Dann Noch Dichter Auf Den Wirt Zu Und Fragte Wenn Ich Nun Für Den Ganzen Vorrat Verwendung Hätte Fulton Das Ist Doch Ausgeschlossen Roter Ich Weiß Genau Welche Schiffe Im Hafen Liegen Keiner Der Das Würde Wohl Meine Sache Sein Nicht Willst Du Wenn Ich Dir Dein Lager Sofort Räume Das Neue Geschäft Machen Ja Oder Nein Ich Habe Wirklich Keine Zeit Und Muss Mir Eine Andere Gelegenheit Suchen Wenn Du Nicht Willst Ich Lasse Mich Auf Keinen Blauen Dunst Ein Roter Entweder Sagst Du Mir Genau Was Du Vor Hast Und Gibst Mir Den Beweis Dass Du Mein Lager Wirklich Sofort Unterbringen Kannst Oder Ich Mache Nicht Mit Wieder Traf Ein Tückischer Blick Den Sprecher Dann Aber Erwiderte Der Rotkopf Wenn Es Nicht Anders Sein Kann So Will Ich Es Dir Sagen Verschwiegenheit Brauche Ich Dir Ja Nicht Erst An Zu Empfehlen Du Kennst Don Bonifacio Gut Genug Um Zu Wissen Dass Er Mit Sich Nicht Spassen Lässt Was Hat Der Nun Weißt Du Es Hältst Du Mich Für So Grün Roter Dass Du Verlangst Ich Soll Das Glauben Gewiss Einen Steuermann Braucht Der Käpt'n Denn Seiner Ist Ja Über Bord Gangen Das Heißt Ich Glaube Der Steuermann Wird Wohl Vorher Erst Mit Dem Kopf Gegen Irgendeinen Schiffsnage Der Sich Zufällig In Der Faust Des Befand Gestoßen Sein Aber Für Zehn Weitere Burschen Hat Ihr Keine Verwendung Auch Keinen Platz An Bord So Also Das Wisst Ihr Ganz Genau Mr. Fulten Hä Wie Denn Nun Wenn Der Käpt'n In Irgendeinem Netten Schlupfwinkel Ein Zweites Schiff Besitzt Das Er Bei Irgendeiner Gelegenheit Billig Erstanden Hat Und Für Dieses Die Nötige Besatzung In Diesem Gott Gesegneten Hafen Hier Beschaffen Will Hä Worauf Die Antwort Wirklich Erfolgte Dann Bedurfte Es Zwischen Diesen Beiden Schurken Keinerlei Verständigung Mehr Fulten Hielt Scharf Wacht Als Der Barkeeper Mit Den Gläsern Der Drei An Der Tür Sitzenden Matrosen An Den Schanktisch Kam Mischte Der Verbrecherische Wirz Mit Einer Schnelligkeit Die Oftmalige Übung Verriet Den Stets Bereit Stehenden Schlaftrunk In Das Frische Getränk Wo genau Er Auch Wußte Hier Sei Vorsichtig Nötig Glaubte Es Könne Ihm Von Dem Wirt Aus Keine Gefahr Drohen So Trank Er Den Als Der Barkeeper Die Vollen Gläser Auf Den Tisch Gestellt Seinen Begleitern Zu Auch Diese Griffen Zu Den Gläsern Und Tranken Galt Es Doch Jedes Abweichen Von Den Hier Üblichen Gebräuchen Zu Vermeiden Welcher Jan Mat Aber Ließe Wohl Ein Frisch Gefülltes Glas Lange Vor Sich Stehen Dieses Trinken Aber Genügte Den Verbrecherischen Plan Des Wirtes Und Des Mit Ihm Zusammen Arbeitenden Seelenverkäufers Gelingen Zu Lassen Ohne Sich Gegen Die Müdigkeit Wehren Zu Können Ja Ohne Sich Der Sich Überschleichenden Schlafsucht Bewusst Zu Werden Sanken Die Dreizecher Mit Den Köpfen Auf Den Tisch Und Lagen Bald In Völliger Bewusstlosigkeit Sie Mussten Auf Befehl Des Wirtes Durch Hilfsbereite Kellner Nach Oben Wie Der Wirt Laut Sagte Geschafft Werden Mit Geradezu Wahnsinnigen Kopfschmerzen Erwachte Sherlock Holmes Selbst Dieser Meister In Der Kunst Der Selbst Beherrschung Den So Leicht Nichts Aus Der Ruhe Zu Bringen Vermochte Bedurfte Lange Zeit Bis Er Seine Gedanken So Weit Zusammen Hatte Um Sich Klar Machen Zu Können Was Mit Ihm Vorgegangen Und Wo Er Sich Befände Der Detektiv War Oft Genug Auf Hoher See Gewesen Um Bald Zu Erkennen Er Befinde Sich An Bord Eines In Voller Fahrt Befindlichen Schiffes Der Zweite Gedanke War Die Verwunderung Darüber Dass Er Sich Nicht Gefesselt Fühlte Müssen Sich Diese Schurken Meiner Sicher Fühlen Sagte Ein Unterdrückter Jubel Ruf Ein Gleich Darauf Aufflammendes Licht Ließ Den Gegenstand Seiner Freude Erkennen Man Hatte Ihm Nicht Die Taschen Ausgeleert Seine Elektrische Lampe War In Ordnung Und Beleuchtete Jetzt Die Szenerie Sehr Rosig War Die Lage In Dir Sich Sherlock Holmes Beim Schein Seiner Lampe Versetzt Sah Nicht Und Höchstens Die Gewissheit Dass Dort Neben Ihm Watson Wang Und Noch Zehn Andere Männer Lagen Die Alle Im Festesten Schlaf Zu Liegen Schienen Hätte Die Situation Weniger Bedenklich Erscheinen Lassen Können Sherlock Holmes Aber Erblickte In Dem Umstande Dass Man Sie Alle Zusammengesperrt Und Keinen Gefesselt Hatte Kein Günstiges Zeichen Wo Mögen Wir Uns Hier Befinden Sicher Können Wir Nicht Das Geringste Versuchen Um Eine Flucht Zu Bewerkstelligen Durst Gequält Musste Holmes Mehrere Stunden Verstreichen Lassen Bis Endlich Nach Und Nach Auch Die Anderen Wieder Zur Besinnung Kamen Der Brennende Durst Über Den Auch Die Anderen Klagten Wurde Hierdurch Zwar Nicht Beseitigt Aber Man Konnte Wenigstens Miteinander Sprechen Sie Glauben Also Sir Wir Befinden Uns Wir Schon Seit Stunden Auf Hoher See Fragte Eines Der Zehn Opfer Des Seelen Verkäufers Den Detektiv Ich Bin Schon Seit Sechs Stunden Wach Und Als Ich Erwachte War Das Schiff Bereits In Voller Fahrt Das Wundert Mich Entgegnete Der Sprecher Von Vorhin Wir Sind Natürlich Irgendeinem Schuftigen Käpt'n Der Auf Gewöhnlichen Wege Keine Besatzung Mehr Bekommt Verkauft Worden Mir Passiert Das Jetzt Schon Zum Dritten Male Aber So Lange Hat Man Mich Noch Nie In Ruhe Gelassen Gewöhnlich Ist Auf Solchen Schiffen Not An Mannschaft Und Der Gepresste Muss Schnell Genug Mit Heran Nun Sind Wir Aber Hier Unser Ein Zählender Blick Des Alten Matrosen Und Dann Um Gottes Willen Wir Sind Unser Dreizehn Einer Von Uns Muss Sicher Sterben Wenn Wir Nicht Alle Dem Untergang Geweiht Sind Den Leuten Sollte Nicht Zeit Bleiben Über Den Seemanns Aber Glauben Nach Zugrübeln Die Tür Wurde Aufgesperrt Und Eine Stimme Rief In Den Raum Hinein Nun Ihr Faule Bande Habt Ihr Endlich Ausgeschlafen Nun Mal Raus Wenn Ich Euch Einen Guten Rat Geben Darf Dann Seid Vernünftig Und Reizt Unseren Alten Nicht Er Ist In Einer Verteufelten Laune In Solcher Pflegte Er Gerne Mit Pistolen Nach Lebenden Zielen Zu Schießen Die Angerufenen Erhoben sich Und Gingen Auf Deck Der Kapitän Don Bonifacio Eine Bestie Die Schon Im Nüchternen Zustand Nach Einem Mord Nichts Fragte Angetrunken Wie Jetzt Ein Menschenleben Geringer Achtete Als Eine Welle Die Sich Am Kiel Seines Schiffes Brach Kam Auf Sherlock Holmes Der In Mitten Der Anderen Leidens Gefierten Stand Zu Und Fragte Du Bist Also Der Steuermann Auf Welchen Schiffen Hast Du Bis Hier Als Solcher Gedient Ich Bin Weder Steuermann Noch Hab Ich Je Als Matrose Gedient Ich Verstehe Von Der Seefahrt Nichts Und Ein Furchtbarer Nicht Wiederzugebender Fluch Des Kettens Unterbrach Die Erklärung Sherlock Holmes Dann Sprang Der Wüterich Auf Den Verkleideten Detektiv Zu Holte Mit Der Faust Aus Und Mit Blut Überströmter Nase Und Einem Schmerzensschrei Taumelte Er Zurück Sherlock Holmes War Dem Käpten Zuvor Gekommen Ein Wohlgeführter Boxer Hieb Zwischen Nase Und Augen Hatten Ihn Für Den Augenblick Unschädlich Gemacht Der Detektiv Wusste Sofort Gelang Es Nicht Diesen Augenblick Auszunutzen So War Er Und Vielleicht All Die Anderen Rettungslos Verloren Mit Einer Geistes Gegenwart Die Den Meister Schon So Unzählige Male Aus Schwierigster Lage Gerettet Rief Er Seinen Leidensgenossen Und Den Mit Waffen In Den Fäusten Herbeigeilten Matrosen Des Schiffes Zu Ich Bin Sherlock Holmes Detektiv Aus London Ich Habe Mich Mit Absicht Auf Dieses Schiff Verschleppen Lassen Um Diesem Schurkischen Käpten Das Handwerk Endlich Zulegen Ein Dampfer Der Mit Meinen Leuten Besetzt Ist Folgt Diesem Schiffe Jeder Von Euch Ist Verloren Der Es Wagt Sich Mir Zu Widersetzen Wer Vernünftig Ist Und Aus Der Gewalt Dieses Schurken Befreit Werden Will Der Stelle Sich Auf Meine Seite Die Art Und Weise Wie Diese Worte Ausgesprochen Wurden Lässt Sich Nicht Schildern Nur Sherlock Holmes Vermochte So Zu Sprechen Die Worte Verfehlten Auf Die Mitgefangenen Und Auf Einen Teil Der Alten Besatzung Die Wohl Auf Die Gleiche Weise Früher Gepresst worden Sein Mochte Ihre Wirkung Nicht Sherlock Holmes Sollte Auch Noch Auf Andere Weise Glück Haben Zufällig Zeigte Sich Nämlich Wirklich Am Horizont Ein Dampfer Und Nun Zweifelte Niemand Mehr An Der Wahrheit Des Soeben Gehörten Sherlock Holmes Von Sherlock Holmes Hatte Man Doch Schon Gehört Also Dieser Verflixte Kerl Hatte Sich Hier Eingeschlichen Da War Es Wohl Das Beste Dem Manne Zu Gehorchen Mochte Der Alte Sehen Wie Er Mit ihm Fertig Würde Der Schuft Hatte Es Gewiss Nicht Verdient Dass Man Sich Seinetwegen Auf Einen Kampf Mit Den Beamten Die Dort Hinten Auf Kamen Ein Lies Und Sich Der Gefahr Einer Bestrafung Aussetzte So Dachten Die Meisten Der Besatzung Als Don Bonifacio Endlich Wieder Zur Besinnung Kam Mit Wutschnaubender Stimme Rief Er Seinen Leuten Zu Ihr Hunde Ihr Verdammten Schurken Warum Habt Ihr Diesen Schuft Der Sich An Eurem Käpten Zu Vergreifen Gewagt Nicht Schon Über Bord Geworfen Ihr Kanalien Freut Euch Wohl Noch Darüber Was Na Wartet Ihr Lumpen Ihr Sollt Mich Kennen Lernen Ich Habe Euch Bisher Zu Gut Behandelt Türrichter Hätte Der Käpten Wirklich Nicht Reden Können Aber Besser Konnte Er Auch Sherlock Holmes Nicht In Die Hände Arbeiten Der Detektiv Sah Nur Die Minen Der Leute Und Er Wusste Jetzt War Er Völlig Herr Der Situation Auf Den Käpten Zutretend Rief Er Verdachtes Des Menschenraubes Und Sklavenhandels Hier Ist Der Von Der Regierung Ausgestellte Haftbefehl Auch Der Letzte Trick Gelang Sherlock Holmes Hatte Ein Beliebiges Papier Das Er In Seiner Brusttasche Bei sich Trug Als Haftbefehl Vorgezeigt Der Käpten Hätte Nur Zu Verlangen Brauchen Diesen Befehl Genauer Ansehen Zu Dürfen So Wäre Der Betrug Herausgekommen Aber Bonifacio Dachte Revolver Aus Der Tasche Und Legte Auf Den Gegner An Eine Sekunde Und Sherlock Holmes Würde Mit Zerschmetterten Schädeln Niederstürzen Denn Bonifacio Schoss Niemals Vorbei Jetzt Musste Der Verhängnisvolle Schuss Fallen Alle Blickten Auf Den Detektiv Da Ein Sirrendes Geräusch Im Rücken Des Käptens Das Funkeln Eines Schwirrenden Messers Und Wie Ein Von Einer Axt Gefällter Baum Sank Der Käpten Den Revolver In Der Faust Vor Die Füße Des Detektivs Aus Dem Rücken Des Gestürzten Aber Ragte Ein Messer Mit Kurzem Griff Langsam Trat Wank Auf Den Gestürzten Zu Um Sein Eigentum Wieder An Sich Zu Nehmen Wank Hatte Mit seiner Kunst Des Messerwerfens Welche Er Einst Als Artist Erlernt Aber Mal Genau Wie Auf Der Pestinsel In Der Temse Dem Über Alles Geliebten Meister Das Leben Gerettet Zwar Stand Die Mannschaft Im ersten Augenblick Starr Vor Staunen Aber Niemals Dachte Daran Den Jetzt Folgenden Anordnungen Sherlock Holmes Widerstand Entgegen Zu Setzen Der Detektiv Ließ Als Der Dampfer Näher Gekommen War Notsignale Geben Und Knapp Zwölf Stunden Nach Der Ausfahrt Traf Die Medusa Wieder In Dem Hafen Ein Sherlock Holmes Musste Nun Wohl Oder Übel Doch Mit Den Behörden In Verbindung Treten Was Holmes Befürchtete Trat Nur Allzu Genau Ein Als Man Die Spelunke In Der Sherlock Holmes Seine Beiden Gehilfen Und Auch Die Anderen Zehn Mann Betäubt Und Gepresst Worden Waren Ausheben Wollte War Das Nest Leer Der Wirt Wie Auch Die Verbrecher Mussten Von Zeitig Genug Der Verhaftung Entziehen Können Es Sollte Aber Noch Besser Kommen Der Tote Kapitän Musste Gute Freunde Unter Den Beamten Und Richtern Der Stadt Gehabt Haben Denn Als Sherlock Holmes Mit Seinen Beiden Gefährten Anstalten Traf Den Spuren Der Entflorenen Verbrecher Zu Folgen Wurde Er Unter Der Anklage Des Mordes Und Der Beihilfe Zu Diesem Verbrechen Verhaftet Nun Sollte Der Große Detektiv Gelegenheit Bekommen Die Vorzüglichkeit Der Mexikanischen Gefängnisse Und Der Gerichtsbarkeit Dieser Herrlichen Stadt Gründlich Kennenzulernen Sherlock Holmes Wurde Mit Watson Und Wank Zusammen In Eine Zelle Gesperrt Er Verlangte Schreibmaterial Um Dem Englischen Konsul Zu Schreiben Er Bekam Keine Antwort Dann Begehrten Die Gefangenen Vor Den Richter Geführt Zu Werden Derselbe Erfolg Der Gefängnis Wirter Grinste Nur Höhnisch Und Schlug Die Zellentür Mit Lautem Krach Ins Schloss Die Zelle Starrte Vor Unsauberkeit Und Ungeziefer Das Karge Essen War Kaum Genießbar Jede Möglichkeit Sich Aus Diesem Loch Zu Befreien Schien Ausgeschlossen Fünf Tage Steckten Die Drei Bereits In Der Zelle Ohne Dieselbe Auch Nur Für Einen Augenblick Verlassen Zu Dürfen Da Hatte Sherlock Holmes Endlich Eine Idee Drohungen Und Bitten Nützen Bei Diesem Halunken Von Aufseher Nichts Gewalt Aber Wäre Wahnsinn Denn Draußen Wimmelt es Förmlich Von Faulenzenden Burschen Die Man Soldaten Zu Nennen Beliebt Wir Wollen Es Jetzt Einmal Auf Andere Weise Versuchen Was Haben Sie An Geld Oder Geldes Wert Bei Ihnen Watson Der Gemeinsame Kassensturz Ergab Ein Ganz Sherlock Holmes Ohne Lange Vorrede Eine Bestimmte Summe Wenn Er Der Aufseher Einen Brief An Den Konsul Besorgen Wolle Um Dem Mann Appetit Zu Machen Reichte Sherlock Holmes Ihm Eine Größere Münze Und Ohne Beleidigt Zu Sein Oder Auch Nur Ein Wort Von Beamten Bestechung Verlauten Zu Lassen Steckte Der Aufseher Die Münze Ein Trat Dann Dicht An Den Spender Als Das Vorsprechen Die Besorgung Eines Briefes Ausführen Zu Wollen Sherlock Holmes Glaubte Aus Dem Tone Des Mannes Heraus Zuhören Dass Seine Und Seiner Begleitung Baldige Entlassung Bevorstände So Sagte Er Denn Wenn Sie Uns Die Gewissheit Geben Können Dass Unsere Haft Zu Ende Geht Sollen Sie Die Genannte Summe Ebenfalls Erhalten Ich Könnte Ihnen Nun Das Schönste Vorschwindeln Will Es Aber Nicht Tun Sondern Ihnen Die Wahrheit Sagen Unter Normalen Umständen Kommen Sie Hier Die Nächsten Wochen Nicht Heraus Ich Habe Durch Zufall Erfahren Dass Sie Draußen Ein Paar Gute Freunde Haben Denen Verflucht Viel Daran Gelegen Ist Sie Und Ihre Begleiter Hier Im Tokenen Sitzen Zu Lassen Wenigstens Hat Es Diesen Ein Nettes Stück Geld Gekostet Sie Hier Fest Zu Setzen Haben Sie Diesen Burschen Auch Gesehen Fragte Sherlock Holmes Das Gedächtnis Des Aufsehers Schien Auf Einmal Sehr Schwach Zu Werden Erst Die Verabreichung Einer Weiteren Summe Frischte Dasselbe Wieder Auf Sherlock Holmes Hörte Nun Dass Feuerauge Durch Die Mannschaft Der Medusa Erfahren Habe Ein Gewisser Sherlock Holmes Habe Den Käpt'n An Bord Verhaften Wollen Und Ein Chinesen Besonderen Eindruck Gemacht Haben Denn Der Fremde Lies Daraufhin Eine Menge Goldstücke Springen Der Erfolg War Dass Man Ihn Und Seine Beiden Jungen Leute Als Mörder Verhaftet Hatte Besondere Angst Brauchen Sie Aber Nicht Zu Haben Erklärte Der Aufseher Weiter Niemand Denkt Daran Ihnen Ein Urteil Zu Sprechen Man Lässt Sie Alle Später Einfach Laufen Nun Unser Konsul Wird Den Erwiderte Der Aufseher Rechnen Sie Nicht Zu Stark Auf Die Hilfe Des Konsuls Mr. Holmes Bei Uns Spielt Das Geld Die Hauptrolle Selbst Der Vertreter Ihres Staates Ist Gegen Diese Macht Wehrlos Ganz Abgesehen Davon Dass Sie Die Möglichkeit Sich Mit Diesem Herrn In Verbindung Setzen Zu Können Nie Bekommen Werden Und Das Nennen Sie Eine Gute Nachricht Nun Vielleicht Weiß Ich Sherlock Holmes Schmierte Den Mann Von Neum Und Nun Rückte Der Kerl Mit Dem Plan Heraus Er Wolle Die Drei Gefangenen Befreien Da Er Selbst Nicht Länger Lust Habe Hier Gefangenen Aufseher Zu Sein Nach Einigen Falschen Wurde Man Sich Aber Schnell Einig Und Ohne Jede Störung Verlief Die Flucht In Der Nächsten Nacht Auch Hier Zeigte Sich Die Verluderte Wirtschaft Die Aufseher Dachten Gar Nicht Daran Ihren Nacht Dienst Zu Versehen Bekamen Sie Doch Kaum Den Tages Dienst Richtig Bezahlt Da Der Aufseher Sherlock Holmes Versichert Hatte Er Sei Als Tramp Durch Das Gesamte Hinterland Und Sonora Gewandert Und Wisse Dort Genau Bescheid So Nahm Der Detektiv Den Befreier Als Führer Mit Er Begab Sich Mit Seinen Begleitern Zunächst An Wort Des Dampfers Dessen Kapitän In Das Geheimnis Des Detektivs Eingeweiht War Was Gedenken Sie Nun Zu Tun Mr. Fragte Der Käpt'n Als Der Meister Sein Neues Abenteuer Erzählt Hatte Was Ich Tun Will Eine Kleine Expedition Nach dem Rio Grande Ausrüsten Um Auch Noch Die Letzte Möglichkeit Die Verbrecher An Oder In Der Goldhöhle Zu Stellen Zu Versuchen Wie Lange Denken Sie Dass Diese Expedition Dauern Könnte Nun Zwei Monate Muss Ich Wohl In Anschlag Bringen Käpt'n Wenn Natürlich Auch Die Möglichkeit Nicht Ausgeschlossen Ist Die Sache In Bedeutend Kürzerer Zeit Zu Beenden Es Hängt Eben Alles Vom Zufall Und Vom Glück Ab Wissen Sie Was Mr. Holmes Mein Schiff Muss Ins Trockendock Und In Den ersten Drei Monaten Komme Ich Beteilige Ein Kerniger Händedruck Der Beiden Männer Besiegelte Den Bund Siebtes Kapitel Die Goldhöhle Am Rio Grande Fast Genau An Derselben Stelle An Der Vor Einem Menschenalter Eisenfaust Goldauge Der Deutsche Weinberg Und Der Schurke John Brown Mit Den Teilnehmern Der Expedition Gelagert Hatte Auch Jetzt Eine Anzahl Männer Ihr Lager Aufgeschlagen Feuerauge Der Genau Wusste Nur Eine Gut Ausgerüstete Vorzüglich Bewaffnete Expedition Könne Etwas Ausrichten Und Etwaigen Angriffen Der Indianer Siegreich Begegnen Hatte Ein Dutzend Abenteurer Zusammen Gebracht Das Ziel War Auch Erreicht Und Nun Hieß Es Anhand Der Auf Den Drei Lederstückchen Geritzten Zeichnungen Sowie Mit Hilfe Der Drei Zettel Diese Mit So Vielen Menschen Blut Erkauften Totenkopf Medaillons Entnommen Worden Waren Den Eingang Der Goldhöhle Zu Ermitteln Auch Das Gelang Der Verbrecher Jubelte Laut Auf Das Geheimnis War Endlich Gelöst Der Eingang Zur Goldhöhle Lag Offen Vor Ihm Was Fragte Der Schurke Nach Den Unersetzlichen Opfern Die Dieses Geheimnis Gefordert Hatte Feuerauge War Zu Schlau Auch Nur Zu Versuchen Die Genossen Der Fahrt Vom Betreten Der Höhle Zurück Zuhalten Er Wusste Ein Solcher Versuch Würde Zu Erbitterten Kämpfen Führen Das Aber Wollte Er Vermeiden Die Beute War Nach Den Erzählungen Des Alten Schuftes Brown Zu Urteilen So Groß Dass Selbst Zwanzig Mitgenommene Pferde Nicht Alles Würden Fortschleppen Können Der Jubel Des Führers Teilte Sich Den Anderen Mit Die Pferde Am Fluss Zurücklassend Folgten Die Männer Dem Voranschreitenden Führer Und Alle Staunten Als Sie Den Raffiniert Erdachten Und Verschlossenen Eingang Der Ohne Genaue Erkenntnis Der Anlage Tatsächlich Nicht Zu Entdecken Gewesen Wäre Offen Vor Sich Sahen Der Blut Altar Des Alten Azteken Gottes Hatte Das Geheimnis Der Höhle Jahrhunderte Hindurch Gehütet Bis Der Und Über Den So Sinnreich Verborgenen Eingang So Wuchs Dieses Erstaunen Zu Einem Ausbruch Wahrer Raserei Als Sie Die Beute Vor Sich Sahen Wie Die Wahnsinnigen Stürzten Sie Sich Auf Die Zu Bergen Aufgetürmten Gold Klumpen Sie Stopften Sich Die Taschen Voll Damit Und Warfen Sie Im Nächsten Augenblick Wieder Fort Um Noch Größere Einzustecken Feuer Auge Was Wollen Wir Tausend Pferde Fort Wenn Wir Auch Noch So Viel Aufpacken Woher Mag Dieses Gold Wohl Stammen Fragte Ein Anderer Und Feuerauge Erwiderte Es Ist Sicherlich Die Schatzkammer Der Einstigen Ureinwohner Dieses Landes Gewesen Hierher Ließen Die Herrscher Das Gold Vor Den Räuberischen Habgierigen Händen Der Eingedrungenen Spanier In Sicherheit Bringen So Flogen Die Reden Hin Und Her In Wie lange Sie Nun Schon Hier Unten Weilten Bis Endlich Feuerauge Mahnte An Die Wirklichkeit Zu Denken Lasst Uns Die Säcke Und Vor Allem Die Pulver Tonnen Die Wir Für Den Fall Mitgenommen Haben Dass Wir Den Zugang Durch Sprengung Erzwingen Müssten Hier Herbeischaffen Wir Laden Auf Was Nur Irgendwie Möglich Ist Und Dann Fort Um Recht Bald Zurück zu Kommen Nur Schwer Konnten Sich Die Männer Für Einige Augenblicke Von dem Gold Abwenden Endlich Gelang Es Feuerauge Seinen Worten Und Anordnungen Gehöhe Zu Verschaffen Alle Eilten Um Die Pulver Tonnen Und Ein Nur Irgendwie Entbehrlichen Ballast Unten In Sicherheit Zu Bringen Und Dann Begann Der Tolle Rausch Von Neuem Die Männer Gebärdeten Sich Wie Kinder Sobald Ein Sack Gefüllt War Schütteten Sie ihn Wieder Aus Weil Immer Wieder Größere Stücke Zum Einpacken Reizten Endlich Schleppte Feuerauge Den Ersten Gefüllten Sack Nach Oben Der Altargang War Passiert Und Vor Der Tempelruine Standen Die Pferde Deren Sättel Die Beute Anvertraut Werden Sollte Doch Mit Einem Wahnsinnigen Schrei Ließ Der Verbrecher Den Sack Plötzlich Fallen Rannte Nach Dem Verrat Wir Sind Verraten Die Schufte Haben Uns Die Pferde Fortgeführt Und Halten Den Zugang Belagert Der Schorke Sherlock Holmes Macht Den Anführer Wie Ein Verrückter Der Er In Diesem Augenblick Vielleicht Auch War Tanzte Der Verbrecher In Der Höhle Umher Und Alle Glaubten Nur Das Goldfieber Rede Aus Dem Führer Doch Schnell Genug Mussten Sich Die Abenteurer Davon Überzeugen Dass Feuerauge Die Wahrheit Gesprochen Hatte Der Ausgang War Von Sherlock Holmes Und Seiner Mannschaft Den Verbrechern Verlegt worden Da Feuerauge Nicht Zu Beruhigen War Und Die Leute Immer Mehr Zu Der Überzeugung Kamen Der Führer Sei Über Diesen Fehlschlag Im Angesicht Dieser Riesenbeute Wirklich Wahnsinnig Geworden So Beratschlagten Sie Untereinander Was Zu Tun Sei Endlich Gelangten Sie Zu Dem Entschluss Mit Den Belagerern Zu Verhandeln Sherlock Holmes War Mit Der Gesamten Mannschaft Des Dampfers Die Sich Ohne Weiteres Dem Käpt'n Angeschlossen Und Unter Der Führung Des Entflorenen Gefängnis Wirters Der Sich Als Wirklich Brauchbarer Führer Und Pfadfinder Erwies Den Deutlich Sichtbaren Spuren Der Von Feuerauge Geführten Expedition Gefolgt Er Lehnte Jede Verhandlung Glattwegs Ab Forderte Die Auslieferung Des Führers Feuerauge Seiner Drei Verbrecher Genossen Und Für Die Anderen Bedingungslose Unterwerfung Bevor Wir Hierauf Eingehen Kämpfen Wir Lieber Bis Auf Den Letzten Mann Rief Der Anstelle Feuerauges Getretene Doch Der Neben Sherlock Holmes Stehende Käpt'n Donnerte Den Verbrecher An Kämpfen Glaubt Ihr Der Durst Genügend Plagt Werdet Ihr Schon Zu Kreuze Kriechen Wegen Meiner Frisst Das Gold Aber Jetzt Macht Dass Ihr Aus Der Schuss Linie Kommt Oder Ich Pfeffere Euch Eine Kugel In Euren Verbrecherschädel Und Spare So Dem Henker Eine Arbeit Zwei Tage Hielten Die Verbrecher Die Einen Teil Des Zur Rückreise Bestimmten Proviance Nach Unten Geschleppt Hatten Um Zu Durchbrechen Doch Jedes Mal Scheuchten Die Schüsse Die Im Sicheren Hinterhalt Liegenden Wachen Sie Zurück Feuerauge War Wirklich Wahnsinnig Geworden Die Genossen Hatten Den Verbrecher Binden Müssen Um Vor Seinen Wutanfällen Sicher Zu Sein Auch Der Anderen Schien Sich Der Wahnsinn Bemächtigen Zu Wollen Wenigstens Gab Einer Dem Anderen Die Schuld Daran Dass Man Die Pferde Ohne Wache Gelassen Und So Plump In Die Falle Aus Der Es Kein Entrennen Gab Gegangen Sei Schon Drohte Der Kampf Unter Diesen Männern Auszubrechen Als Einer Den Vorschlag Machte Durch List Den Gegner Zu Übertälpeln Wir Wollen Uns Scheinbar Unterwerfen Liefern Ihnen Auch Feuerauge Aus Wenn Wir Erst Draußen Sind Fallen Wir Über Sie Her Die Verbrecher Hießen Diesen Vorschlag Gut Und Das Feuerauge Der Es Verstanden Hatte Sich Seiner Fesseln Zu Entledigen Die Verhandlungen Mit Angehört Hatte Alle Drängten Sich Nach Dem Gange Um Zuhören Wie Die Verhandlungen Ausfallen Würden Feuerauge Aber Ballte Hinter Den Fortgehenden Die Faust Und Mit Wahnsinnigem Lächeln Spöttete Er So Also Feuerauge Soll Ausgeliefert Werden Na Wartet Ich Mache Euch Einen Strich Durch Die Rechnung Ich Bekomme Das Schöne Gold Nicht Aber Ihr Und Die Schufte Da Draußen Sollen Es Auch Nicht Bekommen Nach Der Ecke In Der Man Die Pulver Fässer Und Die Sonstige Bagage Die Zum Hierbleiben Bestimmt worden War Niedergelegt Hatte Gehend Macht Es Der Wahnsinnige An einem Der Fässer Zu Schaffen Gerade Als Oben Der Jetzige Führer Mit Der Wache Verhandelte Und Verlangte Diese Sollen Sherlock Holmes Der Sich Mit Den Anderen Teilnehmern Der Strafexpedition Unten Am Fluss Ein Lager Aus Erwählt Hatte Herbeirufen Er Dröhnte Ein Furchtbarer Knall Dem Eine Riesige Feuersäule Folgte Steintrümmer Und Menschenglieder Wurden In Die Luft Geschleudert Als Sherlock Holmes Mit Den Seinen Herbeieilte Um Zusehen Was Es Giebe Fand Er Dort Wo Die Tempelruine Und Der Altar Gestanden Einen Trümmerhaufen Darunter Lagen Die Sämtlichen Verbrecher Leider Aber Auch Drei Mann Der Besatzung Die Wachen Welche Gerade Dienst Gehabt Auch Die Drei Totenkopf Medaillons Um Die So Viel Blut Geflossen Waren Mit Vernichtet Worden So Endete Dies Abenteuer Sherlock Holmes Und Seiner Treuen Gehilfen Auf Unerwartete Weise Die Verbrecher Wurden Durch Die Explosion Der Irdischen Gerechtigkeit Entzogen Nur Die Wahnsinnigen Wurden In London Von Neum In Eine Irrenanstalt Überführt